Dies ist ein Aufruf ans Publikum da draußen. Nico ist gerade von einem Ball-K.O. geschossen worden. Wir brauchen jetzt also einen neuen vierten Mann oder eine neue vierte Frau. Wenn sich im Publikum irgendjemand befindet, der in der Lage ist, zwei Sätze geradeaus zu sprechen und ein bisschen Fußball geguckt hat, bitte jetzt hierher runterkommen und auf Nicos Platz. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Nico ist nicht da. Er verpasst die großartige Siegesserie seiner Veteraner. Selber schuld. Hashtag Club Trotter. Hashtag Not Here. Hashtag. Mir doch egal. So, wir fangen an mit Fußball. Hallo. Hallo, Tien. Und Nico, äh, Tobi. Seid ihr auch müde? Nee. Es ist aus unserer Sicht sehr früh. Ich bin ein bisschen müde. Diese neuen Anstoßzeiten, die sind, ich bin auch kein Fan von. Es ist gleich halb zwölf. Ja, aber es ist, es ist, du siehst das falsch. Es ist ja nicht, wir sind ja nicht normale Menschen. Wir sind Moderatoren. Wir sind, wir leben im Elfenbeinturm. Um 11 Uhr geht der Vorhang auf und du musst anfangen zu steppen für das Volk. Stepp, stepp, stepp. Und nenn mir einen Zirkus, der um 11 Uhr schon eine Vorstellung hat. Broncali fängt ab um 18, 15, 30 am Sonntag. Oder 15. Jedenfalls nicht morgens um ... Ja, die Early-Bow. Das. Da kommt nix. Die Early-Brothers, das find ich gut, den schreib ich mir sogar auf, weil ich den zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt wahrscheinlich klauen werde. Ja. Die Early-Brothers. Kommt immer zu früh, die zaubern immer zu früh. Die Early-Brothers, das gefällt mir. Early-Brothers. Gut. Ähm, woher steh ich im Lief-Fußball? Also entschuldigt, die Gehirne müssen erst hochgefahren werden. Es gibt so Tage, es gibt so Tage, aber im Laufe der Show wird das hier richtig, wir werden das richtig in Rage reden. Deswegen fangen wir mit einem Thema an, was ungefähr unserer derzeitigen Geisteshaltung entspricht und das haben wir ja eben grad schon so ein bisschen thematisiert. Es gab einen kleinen Vorfall beim Spiel Wolfsburg gegen Köln, da ist der Linienrichter wirklich abgeschossen worden von dem Ball, aber dann der Schläfe komplett ausgenockt und da wurde ein Aufruf gemacht, ob im Stadion noch einen Schiedsrichter zu finden sei. Der vierte Offizielle musste ja dann übernehmen, den Posten des Linienrichters und da man offensichtlich die Trainer nicht alleine lassen kann, weil man dann wahrscheinlich Sorge hat, dass die irgendwie beißen oder was weiß ich nicht, hat man dann aus dem Publikum einen vierten Offiziellen rekrutieren müssen. Boah, ja. Und das war dann ein Herr, der können wir gleich mal mit dem ersten Skater anfangen, der eigentlich eine Verflechtung hatte mit einem der spielenden Vereine. Denn der Herr, ich muss mal gucken, den Namen hab ich mir leider nicht merken kann, Tobias, Herr Tobias Krull, hat nämlich mal für Wolfsburg gespielt, für den VfL Wolfsburg. Da hat man in der Jugend des VfL Wolfsburg gespielt. Aber kann man als vierter Offizieller da wirklich viel Einfluss nehmen? Wenn er natürlich dann Niko Kovac umarmt und sagt, hier, alles gut? Naja, ich mein, er ist Stadionbesucher. Ich nehm mal an, dass fast alle bis auf die 22.000 Analysten, die natürlich komplett neutral ins Stadion gehen, sind ja die meisten Leute irgendeinem Verein verbunden. Das ist wahr, ja. Ja, und die Chance dann noch, ist hier jemand, der keine Sympathien für einen der spielenden Vereine besitzt und Schiedsrichter ist, das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Und als jemand, der selbst mal ein Jahr Schiedsrichter war, 18 bis 19 Jahre alt damals, kann ich euch versichern, dass für den Schiedsrichter die Neutralität das allerhöchste Gebot ist. Und das ist das Erste, was man lernt. Es gibt zwei Persönlichkeiten, es gibt den Menschen und es gibt den Schiedsrichter. Also er musste dann auf jeden Fall eingreifen, dann als vierter Offizieller da an der Seitenlinie stehen. Da hat mich jetzt natürlich die Frage umtrieben, traut ihr euch das auch zu? Also wenn jetzt beim HSV oder bei Eintracht ein Aufruf wäre und sagen würde, wir brauchen jetzt hier einen, würdet ihr da aufstehen und sagen, komm her. Sofort. Und dann würde ich sofort, nach fünf Minuten würde ich schon sagen, ich hab da was gehört aus der auswärts. Christian Streich hat da angerufen. Ich hab's nicht gesehen, aber ich mein, ich hab da auch Weed gerochen von der Bank. Und, ähm, also ich bin unparteiisch, aber bin nicht ganz geheuer. Ich würde da mal ... Das mein ich halt als vierter Schiedsrichter. Spannend wär's, wenn er Linienrichter geworden wäre. Erstens, ob er überhaupt das Tempo, das Pacing gehen kann. Und da kannst du ja dann auch wirklich, ähm, eingreifen. Du musst Fouls ansagen, Abseitsansagen und so weiter. Und als vierter Schiedsrichter soll man ja auch, glaub ich, wenn man was sieht, das dem Hauptschiedsrichter sagen. So war das ja irgendwie. Also wenn der irgendwie einen Foul sieht, kann der dem über Funk das irgendwie mitteilen. Aber du bist hauptsächlich dafür, für die organisatorische Sachen so, dass die Spieler richtig, die Nummern richtig eingetragen werden. Auf der Wechseltafel, glaub ich, solche Geschichten, dass die ... Das fand ich ganz interessant, weil der pfeift ja, glaub ich, auf einem Niveau, wo's keine fitten Offiziellen gibt. Das heißt, dieser Job, der wird dir ja eigentlich ... Ab einem gewissen Leistungsniveau hast du neue Anforderungen, die du dann noch lernst. Aber wenn du in der Kreisliga, Bezirksliga oder so pfeifst, da lernst du ja nicht, wie man als vierter Offizieller arbeitet. Glaub ich. Nein. Behaupte ich. Und du kriegst 1400 Euro, hab ich noch gehört, als vierter Offizieller. Hat er das auch bekommen? Ich geh mal davon aus, dass sie gehandelt haben und gesagt haben, es war ja nur eine Halbzeit. Man kriegt ja nur 700. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die dem dann das auch gegeben haben. Das wär auch einfach peinlich, wenn die das nicht machen. Stell dir mal vor, was da an Gehaltsniveau auf dem Platz rumläuft und ein Meter dahinter, dann holen sie einen aus dem Publikum, der noch die Karte für das Stadion selbst zahlt und dann geben sie dem nicht mal Geld. Das wär ja richtig peinlich. Ich glaub, es ist auch ein dankbarer Job, weil so jemand wie Niko Kovac, der eigentlich immer dabei ist, den vierten Offiziellen zu belabern, der hält sich dann, glaub ich, eher zurück. Weil der weiß schon, dass das noch mal eine Nummer unsympathischer ist, wenn er da jetzt den Typen, den sie grad aus dem Publikum zwangsverpflichtet haben, wenn er denen dann zulabert mit seinem Zeug von wegen, das war da jetzt aber kein Forder oder so. Stell dir mal vor, der hätte das gemacht, jetzt am, wann war's, Mittwoch beim Spiel Union gegen Bayern, wo der Bielitzer, oder wie er heißt, dem Sané eine mitgegeben hat. Und dann, also das ist ja der Worst, weil dann bist du mittendrin in so einer Situation, die, ja, die du gar nicht, auf die du dich nicht vorbereiten kannst, auch nicht als ausgebildeter Schiedsrichter für die Situation, dann kommst du da so rein. Wobei ich würde behaupten, dass solche Sachen wie Rudelbildung und jemandem ins Gesicht krapschen, in den unteren Ligen häufiger vorkommt als in der Bundesliga. Das sieht man regelmäßig. Ja, ich weiß nicht, wo ihr gespielt habt. Ja, schon, aber die Frage ist halt, du musst dann ja trotzdem da richtig rein und zwischen einem Leroy Sané und einem Bundesligatrainer schlichten und so, dass halt irgendwie nochmal so ein anderes Autoritäts ... Da wieder die Frage, wäre das passiert, wenn halt da dann so ein vierter offizieller Außenpublikum ist. Weil du weißt ja auch als Trainer da, wenn du da sitzt, oh, da kann ich mich jetzt nur unsympathisch machen, wenn ich jetzt hier die vierter offiziellen Antille. Ich glaub, darüber hat der Bielitzel nicht nachgedacht. Nee, aber das musst du ja auch nicht nachdenken, weil da war ja ein richtiger Führteroffizieller da. Also, wir haben jetzt zwei Spiele so ein bisschen geöffnet. Und ich find das auch sehr interessant, das war eine sehr schöne Überleitung, leider ein bisschen zu früh gebaut, nur Rückgestand, bevor die Straße dahin führt. Aber wir kommen gleich dazu, lass uns mit Wolfsburg gegen Köln anfangen, weil das ja auch ein interessantes Spiel ist. Nämlich ein Spiel zweier absoluter Krisenklubs unter anderen Voraussetzungen. Nämlich zum einen Wolfsburg, die jetzt erstmal mit dem Abstieg nichts zu tun haben, die aber eine Kaderqualität besitzen, die sie eigentlich in ganz anderen Tabellensphären hätte katapultieren müssen. Und natürlich dann den 1. FC Köln, die auch nach dem Trainerwechsel sich schwer tun, passende Ergebnisse und vor allem auch Tore zu erzielen. Jetzt mit einem 1 zu 1, was aus Kölner Sicht ein Erfolg ist. Und ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber aus Wolfsburger Sicht eine weitere Enttäuschung. Und die Sattelfestigkeit Niko Kovac wird weiter reduziert, möchte man glauben, oder? Ja, 1-1 gegen Mainz, 1-1 gegen Heidenheim und jetzt 1-1 gegen Köln. Also gegen drei Teams, die du als Wolfsburg eigentlich schlagen musst. Also zweimal, weil die jetzt absolut Abschiedskandidaten sind und Heidenheim natürlich wegen der Unterschiede in der individuellen und finanziellen Klasse. Man muss vielleicht sogar noch sagen, dass das Spiel gegen Köln jetzt noch das Bessere war von den Wolfsburgern, weil sie es wenigstens ab und zu geschafft haben, über die Flüge Gefahr zu verströmen. Aber auch da, über weite Strecken der zweiten Halbzeit ging da nix nach vorne. Und halt die Idee, wie man irgendjemanden, der defensiv halbwegs gut stehen will, knacken will, also diese Idee ist nicht vorhanden. Da gibt es keine Idee. Und Köln, die gehen so absolut auf dem Zahnfleisch momentan. Die haben wieder ohne Stürmer mitspielen müssen. Ich habe zwischendurch gehört, der einzige Spieler in der gesamten Startformation, der vor dem antwerfenden Saisontor erzielt hatte, war Florian Kainz. Und der hat seine Tore nach Elfmetern erzielt. Aber da war wirklich niemand mehr auf dem Feld, den du mit Tore schießen verbindest. Am Ende war es Ali Du, der den Ball ins Tor geköpft hat. Waldschmidt verletzt. Selke. Selke. Tiges. Tiges. Kainz war, glaube ich, wieder ... Kainz war am Start, war derjenige, der da die ... noch mal ein paar Saisontore wenigstens auf dem Kasten hatten, aber ist ja schon krass. Wenn du halt guckst, wer da alles dann natürlich gefehlt hat. Das ist total, weil sie ja auch nicht nachbessern können, aufgrund der Transferspelle. Ja. Linton Meiner war auch nicht da, war auch noch auf der Bank. Hat auch immer ein Saisontor. Also ist schon krass. Und dann war es natürlich auch ein Spiel, wo sie jetzt sehr stark auf Defensive gesetzt haben und wo sie auch dann geguckt haben, dass sie Wolfsburg nach vorne nichts zulassen. Ja, also es ist jetzt kein Spiel, über das wir 10.000 Stunden reden müssen. Wäre da nicht halt diese Sache mit dem Linienrichter passiert. Aber es ist natürlich für beide Teams Alarmglocken-Juré. Alarmglocken-Juré? Alarmglocken-Juré. In Wolfsburg heißt es jetzt ja schon, dass das Spiel gegen Hoffenheim am kommenden Wochenende ein Schlüsselspiel, beziehungsweise ein Entscheidungsspiel für den Trainer ist, für Kovac. Wenn es da jetzt kein Ergebnis kommt, dann muss man auch mal drüber nachdenken, ihn zu entlassen. Und in Köln ist ja dieser Trainereffekt, den sie schon gezogen haben, von Baumgart zu Timo Schulz, der ist komplett verpufft, muss man leider sagen. Also jetzt haben sie zwar zwei Unentschieden, glaube ich, geholt jetzt im neuen Jahr, aber auch ... Ja, zu Hause gegen Heidenheim. Zu Hause gegen Heidenheim. Jetzt in Wolfsburg ist das, sag ich mal, noch eher überraschend. Ja. Ja. Also zwölf Tore haben die geschossen in 19 Spielen. Ähm, das ist schon, ne, das ist schon schwer da, die Klasse zu halten, wenn du keine Tore schießt, so muss man ganz klar sagen. Ja. Und Wolfsburg hat auch nur gegen Darmstadt in den letzten neun Spielen drei Punkte geholt. Und das war auch nicht jetzt ultrasouverän. Also, ähm. Ähm, wobei, wenn die jetzt gewinnen gegen Hoffenheim, haben die 25 Punkte, sind im oberen Tabellendrittel. Natürlich ist nicht der Anspruch von Wolfsburg, aber ... Aber irgendwie, ähm ... Ist auch ein bisschen wegen der Konkurrenz, wenn du natürlich guckst, dass die jetzt hinter Heidenheim gerutscht sind. Hinter Werder. Hinter Werder gerutscht sind. Ähm, Hoffenheim ist auch keine Mannschaft, die kontinuierlich gewinnt. Also, da dieser Kampf um Platz sieben, sag ich mal, Kampf in Anführungszeichen, ist ja eher so ein Schneckenrennen momentan. Mhm. Und ... Das ist ja nicht das, wo du als Wolfsburg dich siehst auch. Vor allen Dingen, du spielst ja auch dein eigenes Stadion mal wieder komplett leer. Also, am Wochenende war ja da wieder nicht viel los in Wolfsburg, um es mal freundlich auszudrücken. Was ja natürlich klar ist, wenn du dir die Spielweise der Mannschaft anguckst. Weil da ist ja nichts, was irgendwie das Publikum mitreißen kann, wo du halt denkst, Mensch, da hab ich jetzt richtig Bock drauf, die Wolfsburger Mannschaft mir anzugucken. Soll ich dir mal sagen, wer in Wolfsburg Trainer werden muss, nach Niko Kovac? Jürgen Klopp. Nein. Ihr werdet sagen, es ist ein Gag. Tim Walter. Würdest du Tim Walter unbedingt loswerden? Naja. Ja. Das ist was anderes. Aber ich meine, Tim Walter, dieser Fußball, den der spielt, das ist ja nur Spektakel. Und der spielt ja lieber 4 zu 4, als 1 zu 0 gewinnen. Und so eine Mannschaft wie Wolfsburg, die so grau ist, die das Stadion einfach nicht vollkriegt, und dann so einen hässlichen Fußballspiel. Wenn da jetzt ein Tim Walter an die Macht kommt und spielt da sein komisches 5 zu 6 System, dann ist das wieder interessant, Wolfsburg zuzuschauen. Und wer übernimmt den HSV? Niko Kovac. Xavi wird frei. Mal gucken. Das ist ja eine andere Frage. Baumgart ist Fan vom HSV, der wird's machen. Aber ernsthaft, ich finde, in Wolfsburg muss ein Trainer an die Seitenlinie, der eben nicht diesen hässlichen Ergebnisfußball rumpelt, sondern jemand, der da Spektakel und Spielfreude aufs Feld zaubert. Aber was war denn ursprünglich die Idee, also ich bin ja Kovac-Fan, also wir haben dem ja mehr oder weniger die ganze Erfolgsgeschichte der Eintracht fing mit Niko Kovac an. Aber damals war die Eintracht, der hat die übernommen in der Relegation, also der kam als Feuerwehrmann. Was ist die große Idee hinter Niko Kovac gewesen, wo man ja danach jetzt wusste von seinen anderen Trainerstationen, wofür er steht, nämlich für einen defensiven Fußball, der wenig entzückend ist, sondern auf Stabilität geht, auf Effizienz. Was ist denn die Idee dann bei Wolfsburg gewesen, warum man Niko Kovac geholt hat? Man hat ja Oliver Glasner gehabt und mit dem auch große Erfolge gefeiert. Aber der ist ja ein ganz anderer Trainer. Ja, ja, aber für Wolfsburg-Verhältnisse, da hat man ja dieses Marc-von-Bommel-Experiment gemacht, wo man gesagt hat, man holt jetzt mal einen neuen Trainer, niederländische Schule, vielleicht ein neues Ding, das ist ja so komplett, komplett an die Wand gefahren, wenn ich mich noch erinnere. Und dann kam noch Flo Kohfeldt, der dann noch ein halbes Jahr dann rumwirken durfte, aber auch das nichts gebracht hat. Und ich glaube, da wollte man einfach wirklich so sagen, okay, jetzt gehen wir wieder mit einem Trainer. Was Solides. Was Solides, jemanden, wo wir wissen, was wir bekommen, wo wir auch die Kerntugenden wieder reinbringen können. Okay, Schluss mit Experimenten. Und das hat ja dann in der ersten Jahr so leidlich funktioniert, wo sie ja auch nur Europa ganz knapp verpasst haben. Aber es ist halt komisch, weil, gut, vom Bommel weiß ich jetzt nicht, aber auch ein Kohfeldt steht für offensiven Fußball. Glasner steht für schnellen offensiven Fußball. Niko Kovac passt da ja gar nicht in die, also man hat ja dann schon irgendwo die Entscheidung getroffen, wir wollen anderen Fußball auch hier. Und das ist halt komisch, wenn man dann jetzt sagt, das ist aber jetzt kein besonders exciting Stadionerlebnis. Ja, vor allem, weil sie ja auch, Entschuldigung, dass ich einmal kurz einhacke, weil sie auch einen Kader haben, der das eigentlich hergibt. Also wenn du guckst, sie haben Mehler als Außenverteidiger, ein sehr, sehr spielstarker Außenverteidiger, sie haben vorhin im Angriff kamen sie mit Maja, Czerny, Paredes am Wochenende spielen, also eine wirklich auch kreative, sie haben Baku als offensiven Außenverteidiger, Lacroix, der hinten heraus, der pro Saison fünf rote Karten kriegt, aber hinten heraus, wo es eine sehr, sehr gute Spieleröffnung hat, du kannst auf der Doppelsechs, kannst du einen Arnold, einen Swanberg, einen Franks, wie sie am Wochenende gespielt haben, da kannst du, hast du Optionen, einen schönen Ball zu spielen. Das ist nicht so, dass du mit dieser Mannschaft diesen Fußball, den sie jetzt gerade zelebrieren, dieses Kampf und wir haben fünf Leute vorne, dann gucken wir, dass wir irgendwie einen langen Ball auf Außen spielen, das musst du mit der Mannschaft eigentlich nicht spielen. Kannst du eigentlich auch noch einen anderen Fußballspiel, würde ich behaupten. Ja, absolut kannst du das. Ich glaube, dass die Entscheidung für Kovac nicht unbedingt was damit zu tun hatte, dass sie ans System gedacht haben, wie sie spielen wollen. Vielleicht haben sie gedacht, okay, Ergebnisfußball und ein bisschen erfolgreicher sein und ein bisschen Ruhe reinbringen, tut uns gar nicht schlecht. Aber ich glaube, dass sie auch im Kader so ein paar Undiszipliniertheiten ausgemacht hatten. Max Kruse war ja damals noch dabei, als Niko Kovac kam und dass sie vielleicht einen Trainer wollten, der so eine gewisse Autorität hat. Was, was dann vielleicht nicht mehr vorhanden war, auch mit Florian Kohfeldt, der jetzt ja auch nicht der Typ ist, der, wenn der den Mund aufmacht, wo alle, oh, ich höre zu. Vielleicht war das so ein bisschen die Idee, aber in jedem Fall funktioniert es ja nicht so richtig und sofern er da jetzt nicht richtig das Ruder rumreißt, glaube ich nicht, dass Niko Kovac am Ende der Saison noch Trainer ist von Wolfsburg. Das klingt immer so ein bisschen blöd, aber es ist einfach viel zu wenig. Du kannst nicht gegen Köln in der Situation zu Hause ohne Schienen spielen, das geht einfach nicht. Die musst du eigentlich in der Situation, in der Köln ist, die musst du nach Hause schießen 4-0. Ja. Und für Köln muss man einfach sagen, es ist, also, es wird brutal schwer. Haben wir jetzt, ist jetzt nichts Neues, da lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, aber jetzt auch noch mit den Verletzten und so weiter. Also, Union mit dem Sieg jetzt auch noch mal den Abstand zu den letzten Dreien vergrößert. Und da bleibt, da bleibt noch die Hoffnung Relegation, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass Köln selbst in der Relegation es schwer haben wird momentan, also, ja. Ja, auch Relegation ist dann auch mal wieder ein anderes Thema. Da kommen ja dann eventuell Mannschaften wie der HSV, das ist ja dann ... Da schießt selbst der FC Köln Tore. Ja, aber ... Gut. Du hast grad schon angesprochen, Union gegen Köln, das ist noch ein Spiel, was fehlt. Also, das ist ... Union gegen Mainz, wollte ich sagen. Union gegen Mainz. Das ist das, was noch ... Was? Achso, das noch fehlt, ja. Ja, was noch fehlt, weil Union und Mainz haben beide natürlich erst 18 Spiele. Und das kann natürlich sein, wenn Mainz das Spiel gewinnt, das ist natürlich ein absolutes Big Game. Keine Ahnung. Und dann wäre Mainz wieder dran auf drei Punkte. Allerdings, wenn dieses Nachholspiel verloren geht, dann steht Union bei 20 und Mainz bei 11. Also, dann sehen wir wirklich schon drei Kandidaten da unten, die sich dann nur noch um den Relegationsplatz streiten. Und das könnte tatsächlich, wenn man sich auch mal anschaut, wer dann noch da oben so kommt, könnte das auch bis zum Ende der Saison so bleiben. Auch wenn ich glaube, dass Mainz im Grunde noch mehr Potenzial hat, die auch viele Spiele unglücklich verloren oder Punkte nicht bekommen haben, die haben schon noch Potenzial. Aber Darmstadt und Köln, ja, tun sich derzeit sehr, sehr schwer. Gibt wenig Grund zur Hoffnung. Lass uns jetzt mal kurz über Union sprechen, weil das hattest du ja eben auch schon gemacht. Jetzt haben wir den Weg hier zur Brücke fertig asphaltiert und können jetzt mal über die Szene da vom Nachholspiel gegen die Bayern sprechen. Berlitscher, der Trainer, rangelt da mit Sané rum. Ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her, du hast es jetzt ja auch geschildert. Und mein erster Gedanke war, wenn du ein Trainer bist, der so jung im Geschäft ist und du bekommst die Chance, einen Bundesligisten zu trainieren, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du dann so auf dich aufmerksam machst und dir deine eigene Karriere verbaust, instant bei Union zur Debatte gestellt wirst, ob das noch passt. Also, und dann hinterher auch noch sowas zu sagen wie, ja, er ist in meine Coaching-Zone eingedrungen, um mich zu provozieren. Ja, also da sind verschiedene Sachen, zum einen auch, dass er es versäumt hat danach. Du würdest ja denken, dass jeder normale Trainer sofort irgendwann danach, spätestens wenn er dann zehn Sekunden auf der Bank setzt, sagt, ich Idiot, sagt, okay, das war dumm von mir, das hätt ich nicht tun dürfen. Auch das kommt nicht. Das find ich fast schon erschreckender, als aus dem Affekt heraus vielleicht irgendwie zu handeln, wo einem die, das ist wahrscheinlich ein sehr emotionaler, temperamentvoller, ich will's nicht rechtfertigen, aber es ist immer eine Sache, im Affekt zu handeln und die andere Sache, dann nicht die Größe zu haben, dafür einzustehen. Und das musst du als Trainer, also das ist das Mindeste, was ich erwarte, dass er dann sagt, sorry, da hab ich mich falsch verhalten und wenn das nicht kommt, also das ist schon ganz schön schwach. Aber ich würde gern mal von euch wissen, weil ich habe die Szene nicht so ganz verstanden, was, weil Sané in den Zeitlupen seh ich nicht viel. Er will einfach nur den Ball, den der Trainer sozusagen dann auch schon provokant irgendwie so wegdreht und dann weghält und so, ne, was schon assi eigentlich ist, gibt dem Spieler den Ball, halt dich raus aus dem Spielablauf sozusagen. Aber ich hab jetzt nicht irgendwas gesehen von Sané, was es rechtfertigt, so auszurasten. Wenn er den jetzt schubst oder was weiß ich, ja, anspuckt irgendwas, keine Ahnung, dann kann ich zumindest verstehen, dass das eine Gegenreaktion auch irgendwie triggert. Aber was war der, was hat Sané gemacht, dass es ihn rechtfertigt, zweimal ins Gesicht sozusagen zu gehen, hab ich nichts gesehen. Also Bielicci hat dann nachher gesagt, er ist in meinen Raum eingedrungen, also in diese Coaching-Zone, die ja für die Trainer da ist. Ja, weil Bielicci den Ball da gehalten hat. Also ich hab jetzt nur das wiedergegeben, was er gesagt hat. Ja, ja, ich sag nur, aber das ist ja fake. Also es ist ja laber. Und ich denke mal, dass Sané auch dann das ein oder andere Wort gesagt haben dürfte. Ja, gib den Ball, du Honk, wahrscheinlich. Ja, irgendwie, aber wahrscheinlich nicht so nette Worte, aber natürlich keine Begründung ist, wo man ausrastet. Ich hab davon nur versucht, einen Ball zu erklären, was dahinter ist. Ja, aber die Provokation ging vom Trainer aus, der den Ball gehalten hat und nicht hergegeben hat. Ich möchte da aber auch nochmal in dir in einen Punkt widersprechen, Nils, weil Bielicci ist jetzt kein junger Trainer, der da neu im Geschäft ist. Der ist seit 15 Jahren im Geschäft, der ist auch schon in Österreich und in Kroatien immer mal mit kleinen Provokationen. Ja, aber mit kleinen Provokationen so aufgefallen. Der ist ein, ähm, ein Heißblut, wie man so schön sagt. Der ist ein heißblütiger Trainer, der auch mal in der Vergangenheit schon da in die Richtung aufgefallen ist. Also, dass jetzt kein Verhalten, das nicht zu ihm passt, sondern das ist halt einfach ein Trainer, der sie nicht im Griff hat. Das ist natürlich negativ, so, aber ... Genau, aber was ich meine ist, wenn du, und mit neuem Geschäft, meine ich nicht, dass er jetzt ein 25-jähriger Newcomer ist, sondern dass er neu in der Bundesliga ist, dass das sein erster Bundesliga-Verein ist und wenn du dann gute Leistung bringst, kannst du ja dich hier auch etablieren. Und ja, natürlich hat er eine große Biografie mit vielen Vereinen, wo er bei den meisten auch nicht lange geblieben ist. Vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen. Aber trotzdem, wenn du diese Bühne bekommst und dann aufgrund der Umstände jetzt mit Urs Fischer und so weiter da diesen Platz erhältst in der Bundesliga und auch mit guten Chancen, ja, den Klassenhalt klarzumachen und dann Trainer zu bleiben, dann muss man sich doch ein bisschen auch im eigenen Interesse und gerade mit der Erfahrung, die er im Grundsatz hat, muss man sich doch ein bisschen im Griff haben. Interessant ist natürlich auch, wie die Spieler reagiert haben. Was man so liest, haben sich da ja schon einige Stimmen jetzt auch geäußert, dass so auch im Binnenverhältnis so der Ton sehr rough ist mit dem Trainer irgendwie so. Weiß man natürlich immer nicht, was da ist. Das sind immer nur die Auswechselspieler, die nicht eingewechselt werden und so. Da muss man immer vorsichtig sein. Aber ich glaube, dass man bei Union ganz bewusst auf diesen Trainer gesetzt hat, weil man sich wahrscheinlich gesagt hat, wir wollen einen, der hier ordentlich jetzt mal den Dampf macht, der den in den Arsch tritt, der so eine Reste, wo die Leute auch so, nenn ich, fürchten, aber zumindest, ne, vom lieben Urs zum, so, hier, Jeweger, los, Leute! So, ne, da weiß man schon, was man geholt hat. Und jetzt gibt's aber auch kein klares Bekenntnis nach dieser Aktion, was ich auch ein bisschen komisch finde. Ich find auch komisch, dass er nur drei Spiele gesperrt ist. Das ist ja so, wenn ein Spieler ne rote Karte kriegt, fast schon zwei bis drei Spiele normal. Wenn ein Trainer das macht, hätt ich mit mindestens dem Doppelten gerechnet. In der NBA kannst du für sowas, wenn dir sowas passiert als Trainer, fliegst du für den Rest der Saison raus. Das ist natürlich was jetzt schwer zu vergleichen, aber weil, ehrlich gesagt, so drei Spiele sperre, wenn ein Trainer einem Spieler zweimal ins Gesicht langt. Fand ich, Abraham hat damals komplett unschuldig seinen Sohn geopfert. Ja, sechs Spiele Sperre gekriegt, glaub ich, oder fünf Spiele Sperre. Das ist ein bisschen wenig. Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ich hab da manchmal das Gefühl, so, wenn ein Trainer oder ein Spieler auch die Liga wechselt, dass er dann nochmal bei null anfangen darf, was aber eigentlich völlig bescheuert ist, weil der hat ja schon, wenn du in der anderen Liga schon sowas ähnliches gemacht hast, dann sollte das doch auch drauf angerechnet werden, find ich persönlich. Da gibt's ja die Geschichte mit dem Mittelfinger aus Österreich, mit dem Optionen, Gesten, auch, da gibt's ja viele Geschichten schon. Von Bielitscher. Ja, von Bielitscher. Ist ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Deswegen hab mich die drei Spiele auch gewundert. Aber das ist halt passiert, das wundert dich halt nicht, wenn du natürlich dir die Geschichte von ihm anguckst. Das ist halt, du hast ja grade schon erklärt, das ist auch das, was Union sich da als Haus geholt hat. Da muss man jetzt auch umgehen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ey, das ist jetzt völlig überrascht, ein Typ, der seit 20 Jahren Trainer ist, noch nie ausgerastet ist, rastet speziell aus, ist ja ganz genau andersrum. So ein Typ, der dafür bekannt ist, hat jetzt mal wieder so einen rausgelassen. Drei Spiele Sperre fand ich da auch. Ich bin jetzt niemand, der jetzt da sagt, da muss er jetzt unbedingt entlassen werden deswegen oder sowas. Ich fand jetzt auch nicht, dass er jetzt irgendwie Nalsane niedergeprügelt hat oder sowas. Trotzdem gehört sich das nicht. Und drei Spiele Sperre ist das schon ein bisschen wenig, finde ich. Ja. Gut. Also Union musste jetzt erst mal ohne ihn auskommen und musste auch ohne ihn auskommen im immens wichtigen Spiel, was sie jetzt am Wochenende hatten, gegen Darmstadt und haben das 1-0 gewonnen. Eine Sache noch. Es ist natürlich, unabhängig davon, ob der jetzt bleibt oder nicht oder drei spielt oder nicht, es ist natürlich eine Unruhe, die da reinkommt in den Verein, die gerade Union jetzt braucht wie ein Kropf im Abstiegskampf. Und wenn dann wirklich sowas ist, dass manche Spieler der Meinung sind, was weiß ich, das ist jetzt der Zeitpunkt auch mal zu sagen, wir sind auch nicht so happy mit dem oder so. Also es ist alles, brauchst du im Abstiegskampf, brauchst du, musst du eine Einheit sein, brauchst einen Trainer, dem die gesamte Mannschaft folgt und glaubt, mit dir zusammen schaffen wir das und nicht einer, der oben auf der, irgendwie, ja, auf dem Balkon die Spiele verfolgt. Also das ist für Union ist das schon fast, also ein Eigentor. Ja, oder haben ja auch Spieler, ich weiß gar nicht, wer war es, Gosens, glaube ich, der sich da auch sehr deutlich zugeäußert hat, dass das gar nicht geht und das ist, wie du sagst, auf jeden Fall natürlich auch ein Autoritätsverlust und ein Glaubwürdigkeitsverlust sicherlich auch, ne? Das ist den Spielern auch unangenehm, glaube ich, dass sie dann, ich glaube schon, dass sie dann auch in der Kabine oder wenn die sich whatsappen, diese jungen Leute, dass die schon auch sagen, ey, das war unangenehm. Ja, und es ist ja auch bezeichnend gewesen, dass nach dem Spiel Kevin Vogt derjenige war, der ihn am stärksten verteidigt hat in der Mixed Zone und der ist seit wie lange da? Zwei Wochen? Ist ja eigentlich nicht derjenige, von dem du erwartest, dass er dann vorausgeht und den Trainer verteidigt, sondern eigentlich eher ein gestandener Spieler und von denen kam dann eher wenig. Andererseits, um jetzt den Törn zum Spiel zu schaffen, sie haben am Wochenende gewonnen und haben dabei auch eine souveräne Leistung gezeigt, würde ich sagen. Also das 1-0 ist hauptsächlich entstanden, weil Hollerbach die zwei, drei Dinger, die er zusätzlich hätte noch machen können zu seinem Tor, nicht gemacht hat. Also die hatten schon gute Chancen in dem Spiel und haben es auch ganz dominant runtergespielt. Ja, das stimmt. Aber es lag auch daran, dass Darmstadt einfach nicht so die Mittel hatte. Nee. Ja, ist natürlich schwierig für Darmstadt, haben wir schon öfter gesagt. Die sind halt individuell nicht die beste Mannschaft. Was mich in diesem Spiel so ein bisschen gestört hat, sie hatten da so ganz interessante taktische Elemente mit einem Giasula, der immer aus der Abwehr nach vorne rückt, auch einen Franjic in einer sehr freien Position. Aber in der Absicherung waren sie nicht gut. Also da waren drei oder vier wirklich gute Kontersituationen für Union. Das Tor ist auch aus dem Konter entstanden, aber Hollerbach hatte, glaube ich, vorher schon zwei Szenen, wo er frei durch war und wo er den Ball nur hätte reinschieben müssen. Also da haben sie nicht gut gestanden. Und das muss man ihnen natürlich ankreiden in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel, den Gegner durch Konter ins Spiel kommen zu lassen. Aber auch über die Flügel hat Union ein, zwei wirklich gute Angriffe gefahren. Also die waren offensiv verbessert. Ich fand Schäfer war eine gute Ergänzung im Spiel. Der hat da Kreativität reingebracht, auch eine gute Positionsfindung. Gosens hat ein gutes Spiel gemacht. Also hat aber links immer wieder nach vorne was gebracht. Und Hollerbach ist da, muss man aktuell sagen. Vorhin im Sturm eine gute Ergänzung mit seinem Tempo und seinen tiefen Läufen. Der bringt dann ein neues Element in das Spiel rein. Kann man nur sagen, verdienter Sieg, auch wenn Darmstadt auch nur ein, zwei Chancen hatte. Aber ich fand schon, dass Union mit einer besseren Chancenbewertung das Ding eigentlich klar nach Hause holen müsste. Da muss man auch nicht zittern bis zum Ende. Gut, dann haben wir ja fast schon, lass mich mal gucken, diesen Keller da mit Darmstadt. Mainz haben wir jetzt natürlich nicht besprochen. Da können wir gleich zu kommen, wenn wir über Frankfurt reden. Aber haben wir den Keller schon so ein bisschen ausgeleuchtet. Und können dann direkt so ein bisschen so eine Brücke bauen nach vorne. Und die können wir über Frankfurt nehmen. Die ja gegen Mainz gespielt haben. Schnell abhandeln, das Spiel. Was machen wir mit der restlichen Sendezeit? Come on. Ich red so wenig über Frankfurt hier in dieser Sendung. Es ist reines Klischee. Ist schon ein bisschen leicht zu triggern in jedem Fall. In dem Fall schon. Du weißt ja auch, das ist mein schwacher Punkt. Aber, ja, das war halt der eine. Was soll man sagen? Dieses Spiel war mit eines der langweiligsten, unemotionalsten Spiele. Ich hab auch selten, zumindest über den Fernsehen, selten so ein leises Stadion. Und das war nicht aus Protest. In Frankfurt gesehen wie Eintracht gegen Mainz, wo normalerweise eigentlich immer so ein bisschen Feuer ist. Am Ende muss man sagen, die drei Punkte nehmen wir mit. Das ist ein Sieg. Eigentlich ist das so ein Spiel, wo du weißt, du guckst dieses Spiel und weißt, da wird niemals irgendeine Mannschaft hier ein Tor schießen. Das kann eigentlich nicht passieren. Und dann gibt's halt diesen einen Ball, wo Götze und ich war hundertprozentig sicher, dass der ein Abseits ist. Ich hab's mit bloßen Augen gesagt. Ich hab mich nicht mal gefreut. Es war zusätzlich noch so ein Stimmungskiller, weil das ganze Stadion gedacht hat, Götze ist im Abseits. Sodass dann auch kein Jubeln so zustande kommt, selbst wenn ein Tor passiert. Und dann wurde es auch mit dem VAR überprüft. Und dann war halt wirklich die Hacke irgendwie von Dominic Kaur zwei Zentimeter noch hinterm Rücken. Also Götze stand wirklich hinterm Spieler. Aber der Schuh von Dominic Kaur war noch ein Stück weiter hinten, obwohl sein Körper so schon nach vorne, der hat sich quasi abgestoßen und ist nach vorne gegangen. Also eine absurde Abseitssituation mit bloßem Auge kaum Wahrnehmer. Unterm Strich aber richtig, es war kein Abseits. Aber also, ja, und dann sogar die gesamte Mannschaft von Mainz hat abgeschaltet, weil alle gedacht haben, es ist Abseits. Götze schießt den Torwart an und der Ball prallt ab. Lass ihm vor die Füße, kopf den Körpflin rein. Und so gewinnt die Eintracht dieses leblose Spiel. Mainz hat, und deshalb hab ich so ein bisschen gestützt, als du gesagt hast, oder du hast, ich weiß nicht mehr, dass Mainz eigentlich vom Potenzial noch mehr hat. Ich muss sagen, also was Mainz da gezeigt hat, qualifiziert sie nicht für die erste Liga. Das muss man ganz klar sagen. Also du bist schon mit dem Rücken an der Wand, du spielst gegen den Abstieg und du hast gar kein Interesse daran, in irgendeiner Weise ein Spiel aufzubauen oder ein Tor zu schießen oder so. Die sind von Anfang an in diese Partie gegangen, haben gesagt, ein Punkt reicht uns. Und das mit der Anzahl an Punkten und Toren, die Mainz bislang geschossen hat, ist schon arg wenig. Das muss man ganz klar sagen. Also die Eintracht hat's zumindest versucht, hat's nicht auf die Kette gekriegt, wie so oft gegen tiefstehende Gegner. Zu langsam, Bälle immer wieder hin und her geschoben, wie beim Handball, keine Risikopässe, keine Tempodribblings, kein Pressing. Es war dieses langweilige Dino-Top-Müller-Ballbesitz-Fußball, wo ich nicht weiß, auch nach einem halben Jahr, wohin die Reise gehen soll. Ich erkenne da auch, es wird immer gesagt, im Training arbeiten wir an der Offensive und so. Die haben jetzt einen Sascha Kalajcic, da schlagen keine Flanken. Da muss ich die Bälle aus dem Mittelfeld holen, um überhaupt mal einen Ball zu kriegen. Es ist so langweilig anzusehen. Es ist wirklich, ich scheiß auf Ballbesitz-Fußball, wenn das Ballbesitz-Fußball sein soll. Das kann ich mir nicht dauerhaft angucken. Es macht einfach keinen Spaß. Jedes Mal wird abgedreht und wieder hintenrum. Und ich hab gestern das Leverkusen-Spiel gesehen, da kommen wir gleich drauf. Und ich hab mal überlegt, weil die spielen auch Ballbesitz-Fußball, und hab gefragt, was macht Leverkusen eigentlich anders, abgesehen von der Geschwindigkeit. Aber zum Beispiel bei Leverkusen, die bleiben, korrigiere mich, wenn ich's falsch sage, aber so hab ich's wahrgenommen, wenn die zum Beispiel auf einer Seite sind, die bleiben erst mal auf dieser Seite und versuchen da zu passen, bis da irgendwie mal so was geht. Die Eintracht spielt auf eine Seite, oh, hier geht nix, also wieder hintenrum auf die andere Seite. Die ganze Mannschaft wandert rum, alles wieder auf die andere Seite. Bis irgendwann einer einen Scheißpass macht und die Situation ohne irgendeine Form von Abschluss, es wird nicht geschossen, es wird nicht geflankt, es wird kein Pass hinter die Kette gespielt, sondern es wird nur außenrum gespielt, bis irgendwann einer einen Fehlpass macht und der Angriff sozusagen ohne irgendeine Aktion erstickt. Das ist jetzt so ein ganz allgemeiner Punkt, der am deutschen Fußball mich in den letzten Jahren gestört hat und der jetzt bei den Top-Teams, wie du's grade schon beschrieben hast, besser wurde. Ich versuch das mal zu mir am Tisch zu zeigen. Okay. Wenn du hier in der ... Was ist hier was? Das ist die Mitte, das Spielfeld, hier ist links, da ist rechts, da ist das Tor, du bist hier und hier steht die Verteidigung in Form dieses Schweins. Wo sind die Tore? Das Gegnerisches Tor ist da. Hier ist die Mannschaft mit Ball, hier ist die Gegnerische Mannschaft. Und du willst jetzt diesen Ball an der Gegnerischen Mannschaft vorbeispielen. Und hier stehen jetzt erst mal zehn Verteidiger vor dir. Das heißt, wenn du jetzt hier auf den Flügel raufspielst, schiebt die Verteidigung hier rüber und du hast halt noch nichts gewonnen. Da stehen immer noch zehn Verteidiger dazwischen. Und was jetzt so Mannschaften wie Eintracht zum Beispiel schlecht machen ist, dass die halt denken, na, jetzt sind wir auf dem Flügel draußen, draußen, jetzt haben wir ja schon was geschafft. Und wenn dann halt nicht die Chance für eine Flanke da ist, dann denken sie sich, na gut, shit, gehen wir wieder zurück. Was ja zunächst mal nicht verkehrt ist. Aber die nutzen, die sehen ja gar nicht, dass sie jetzt von hier aus auch selbst was kreieren können. Genau, das meinst du. Das ist halt das, was du halt gerade beschrieben hast. Was halt in Frankfurt macht, was auch in Stuttgart sehr, sehr gut macht. Lass sie dann denken, okay, wir sind jetzt hier, wir müssen jetzt von hier gucken, wie wir da reinkommen. Und erst wenn wir das mal versucht haben und das dann nicht klappt, dann können wir immer noch das Spiel verlagern. Und das siehst du halt bei Leipzig, das siehst du bei Frankfurt, das siehst du bei ganz vielen Teams, die denken sich, jo, wir haben ja schon was geschafft, wir sind hier draußen. Aber sie haben noch keinen einzigen Spieler überspielt. Sie haben noch keinen einzigen Spieler überspielt. Und wenn ich ergänzen darf, und der Seitenwechsel passiert aber so langsam und behäbig, dass ja überhaupt nichts ... Es macht ja Sinn, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir die ganze Abwehr nach da verschoben, jetzt ist hier Platz. Dann musst du aber den Ball schnell auf diese Seite kriegen. Aber nicht erst mal zurück zum Innenverteidiger, zum nächsten Verteidiger, vielleicht sogar noch zu Trapp, der dann wieder zu dem, der dann zu Tuta, der ist verunsichert wegen seinem letzten Spiel noch mal zurück. Irgendwie so. Und das bringt überhaupt gar nichts, außer Ballbesitz und gute Passwerte, die aber effektiv gar nichts bringen und auch leicht zu verteidigen sind. Das ist ja wieder ein Unterschied, ob du auch die Verlagerung machst, ob du dann erst mal hier hinten zu dem Verteidiger zurückspielst, den Ball ganz, oder ob du halt hier noch einen hast im Halbraum. Ob du jetzt hier so spielst und dann hier so verlagerst. Das ist ja das, wenn du zum Beispiel Leverkusen am Wochenende gesehen hast, da stand ja Gladbach nur am eigenen Strafraum. Und Leverkusen hat halt aber auch immer hier so rumgespielt. Und natürlich, wenn du dann, da brauchst du mehr Risiko, weil du dann deine Spiele auch weiter vorschieben musst, weil dann auch die Verteidiger hier weiter vorschieben musst, weil das alles weiter vorschieben muss. Aber natürlich möchtest du den Gegner an den Strafraum drängen und du möchtest ihm halt nicht die Chance geben, wenn du zurückspielst, wieder rauszurücken. Weil das macht jeder Gegner und das kann auch jeder Gegner mittlerweile über 19 Minuten durchziehen. Aber noch vor fünf Jahren, da waren die athletischen Fähigkeiten noch nicht ganz so. Da konntest du halt drauf bauen, wenn du halt 10.000 Mal hier das U des Todes, wie es so schön heißt, gespielt hast, also immer im U draußen rum, dann konntest du sicher sein, in der 80. Minute baut der Gegner ab, weil er nicht mehr verschieben kann. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Das ist nicht mehr so. Die haben halt alle mittlerweile Tank für 120 Kilometer pro Spiel. Das ist halt nochmal extrem, was wär so ... Du kannst auch mehr wechseln als früher. Du kannst auch fünfmal wechseln, genau. Das darfst du auch nicht vergessen. Und dann musst du halt einfach dich da mal trauen vorne drin. Und das ist dann wieder das nächste Ding, was du halt bei der Eintracht dann auch hast und auch bei Leipzig sehr stark, auch bei Dortmund stückweit. Wenn du halt hier schon hier vorne bist, wenn du halt schon hier vorne bist, dann nimmst du das Risiko. Weil selbst wenn der Ball hier verloren geht, hat der Gegner so einen langen Weg bis zu deinem Strafraum. Und wenn du hinten gut abgesichert bist, ist das scheißegal. Der wird da keinen Konter draus machen. Die Zahl der Tore, die entstehen, weil du hier am Strafraum den Ball verlierst, die sind nicht zweistellig pro Saison. Das ist halt wirklich ein Team von hier hinten, macht da vorne Konter. Das passiert sausau selten. Du musst halt schon hier den Ball irgendwo oberen im Mittelfeld, damit du auch einen guten Konter hast. Weil ansonsten, wenn du den Ball hier dreimal eroberst und du startest dreimal einen Konter, einmal über die ganzen Dings laufen, dann kannst du den Spieler schon vergessen. Weil das ist so anstrengend, diesen Sprint einmal über 40, 50 Meter. Und was sagst du dazu? Dino Topmöller hat gesagt, er mag eigentlich keine Abschlüsse außerhalb des Sechzehners. Fand ich auch beeindruckend, gerade wenn man guckt, wie viele Tore an diesem Spieltag auch durch Weitschüsse gefallen sind oder auch durch Abpraller. Es muss ja nicht immer reingehen, der kann ja auch was kreieren. Er meint halt, rein statistisch gesehen, ist die Chance klein, dass ein Weitschuss reingeht. Er will, dass die Chancen in der Box verwandelt werden. Ja, aber das Problem ist halt, wenn du nie mal einen Weitschuss nimmst, ich sag mal, ich geb mal ein Beispiel aus dem Basketball. Wenn du dich nie traust, einen Dreier zu werfen, kommt nie ein Abwehrspieler raus, weil der weiß ja eh, ich werf nicht. Dann kann der in der Box bleiben. Erst wenn du ein paar Mal wirfst, kommt der raus, muss dich decken, damit du diesen freien Schuss nicht nimmst. Und dann entstehen Lücken. Gleich im Fußball. Wenn ich weiß, dass aus der zweiten Reihe nie einer schießt, dann wird nie einer da mal rausgelockt oder so. Das stimmt, das ist wahr, das ist natürlich wahr. Aber natürlich, er hat ja zunächst einmal recht, es ist ja völlig logisch, dass ein Schuss aus fünf Metern eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, reinzugehen, als aus 18, 20 Metern. Und wenn du halt auch einen Fernschuss hast, da spielt dir das Gehirn auf jeden Streich. Zum Beispiel, du hast einen Fernschuss aus 25 Metern dabei, fliegt in den Winkel perfekter Schuss, Torwart kratzt den raus. Dann kannst du erst mal sagen, oh, das war knapp. Aber in Wahrheit, die Wahrheit dahinter ist, der Schuss wäre nie reingegangen. Das war der bestmögliche Schuss und der Torwart hat ihn gehalten. Da gibt es keine bessere Option. Und das hast du bei vielen Fernschüssen so. Aber natürlich musst du das im Repertoire haben, und das hat auch Leverkusen am Wochenende immer wieder gemacht, den Ball dann geschossen, eben um den Gegner wieder rauszulocken, auch um den Angriff abzuschließen. Gerade wenn du halt in eine riskante Situation reingehst und dann nicht mal so ein bisschen durchkombinieren willst, kann es halt ganz schnell passieren, dass du dann den Ball verlierst. Aber wenn du den Schuss machst, den Abschluss des Angriffs machst, dann kann dir erst mal nichts mehr passieren. Im schlimmsten Fall geht der Ball übers Tor, du kannst wieder zurückgehen, neuer Angriff, alles gut. Du darfst aber auch nicht dich dazu verleiten lassen, immer nur zu schießen, weil das ist auch keine gute Idee. Weil du willst ja eine hochprozentige Chance haben, du willst ja auch ein Tor schießen, und du musst schon eigentlich sehr viele Fernschüsse schießen, damit du mal ein Tor schießt, weil ein Fernschuss hat eine geringe Wahrscheinlichkeit, das Tor zu treffen. Aber ja, du musst halt beides kombinieren. Du kannst halt nicht immer nur sagen, wir wollen immer durchspielen, das funktioniert nicht. Du kannst aber auch nicht sagen, wir wollen immer Fernschüsse machen, das funktioniert auch nicht. Jetzt machen wir Folgendes, das ist nämlich wunderbar. Wir werden direkt weitermachen mit Leverkusen. Wir skippen mal kurz unsere kleine Unterbrechung, weil das so schön passt und nahtlos ineinander geht. Weil nämlich genau das, was wir gerade besprechen, haben wir ja gegen Gladbach gesehen. Leverkusen musste einen tiefstehenden Gegner bespielen, der sich von vornherein gesagt hat, nö, wir machen nix. Wir versuchen vielleicht ab und zu zu kontern, und ansonsten machen wir nix. Und ich, das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Und jetzt würde man sagen, Gladbach hat recht und Leverkusen hat's nicht gut gemacht. Aber ich muss sagen, ich stand da, saß da wirklich mit offenem Mund, wie Leverkusen das gespielt hat. Und die haben nämlich, also erst mal diese Ballsicherheit, die Raumaufteilung, dass die immer genau wissen, wo müssen sie stehen auf dem Feld. 947 Spiele, 92 Prozent Pass, genau. Immer anspielbar. Und das alles im letzten Drittel. Wir reden hier nicht von hintenrum und so, sondern dann kannst du diese Passquote erreichen. Wir reden von Pässen, die ganz, ganz oft schnell in die Spitze gespielt werden. Risikopässe nicht irgendwie hintenrum, sondern jeder Pass hat irgendwie eine Idee. Soll etwas entweder vorbereiten oder direkt nach vorne spielen. Und die haben so oft den direkten Ball versucht, nach vorne zu spielen. Das hat jetzt natürlich erst 0-0 ausgegangen. Damit widerlege ich ja eigentlich, was ich gerade sage. Aber das hätte halt auch anders ausgehen können. Das war auch ein bisschen Pech. Aber die haben das so gut gespielt. Das hat so Spaß gemacht. Das war wirklich wie Barcelona damals. Die spanische Nationalmannschaft 2008 bis 2012. Es war irre gut einfach. Und am Ende leider nicht belohnt worden. Sie haben es auch nicht über 90 Minuten in dieser Qualität natürlich durchgezogen. Gladbach hatte auch immer dann Phasen, wo sie dann mal den Ball hatten. Ist klar. Aber also teilweise war das einfach nur beeindruckend, was Leverkusen gespielt hat. Ich habe wirklich dieses Mal genau drauf geachtet, mich nur auf Leverkusen konzentriert. Weil ich wirklich wissen wollte, was ist der Unterschied so? Was machen die so anders? Was macht die so stark? Da habe ich dieses Mal wirklich drauf geachtet. Und was halt auffällt, ist auch, die Bewegung ohne Ball bei Leverkusen ist sensationell. Und das ist einfach auch eine Frage von, ich weiß nicht, ob das Teamgefüge ist oder Mannschaftsgeschlossenheit oder was weiß ich. Aber jeder, der den Ball gespielt hat, bewegt sich instant danach. Keiner spielt einen Pass und bleibt stehen. Also das ist schon mal sehr auffällig gewesen. Ständig werden Dreiecke gebildet. Ständig wird irgendwie versucht, dass der Nächste, der den Ball hat, wieder ein oder zwei, bestenfalls mindestens zwei, Anspielstationen hat. Und da ist ständig, mal startet der rein, dann sichert der ab, spielt wieder raus. Also es ist ständig Bewegung. Und das sorgt auch dafür, dass Gladbach, die Abwehr, die muss die ganze Zeit aktiv sein. Die können sich nicht einfach ihre Viererkette oder Fünferkette verschieben und die beißen sich die Zähne aus. Da werden dauernd Spieler rausgelockt. Du musst dauernd. Und dann hast du natürlich auch Leute, zum Beispiel in Wirz ist mir aufgefallen, das ist Wahnsinn, was der für eine Dynamik reinbringt. Der bietet sich an, der spielt, der verlangt jeden Ball und er kriegt auch jeden Ball. Ja, die suchen ihn natürlich auch. Wenn der sagt, hier, Ball, dann wird nicht überlegt, wer bist du noch mal, ach ja, der Wirz, na gut. Sondern Ball zu Wirz, der gibt direkt weiter. Es geht zack, 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 zack. Jetzt weiß ich endlich, was diese Trainerbewegung, die ich immer sehe, bedeutet. Ja, aber es ist wirklich schön zu sehen, wie schnell und, ja, und dieses Kurzpassspiel, ich musste auch an Barca zu Pep-Zeiten denken oder so. Aber wie kann das denn sein, dass Leverkusen jetzt plötzlich so ein Fußball spielt? Weil die gut trainieren. Ja. Weil die einen Trainer haben, der ihnen das beibringt, weil die gut trainieren, weil die eine gute Mannschaft zusammen haben. Also es sind so kleine Details. Ich will noch einmal bei dir kurz einhaken, weil das noch ein sehr spannender Punkt ist, mit dem Bewegen nach dem Ball. Das ist, glaube ich, wenn jemand ... Wenn ihr da draußen selber Fußball spielt und ihr wollt einen einfachen, ganz einfachen Trick, wie ihr besser werdet auf dem Platz, nach dem Pass nie dem Pass hinterherlaufen. Und nie stehenbleiben, die dem Pass hinterherlaufen, sondern die Bewegung, die ihr direkt nach dem Pass macht, muss mindestens 90 Grad zum Pass sein. Also wenn ich jetzt den Pass zu dir spiele, laufe ich entweder mich dahin frei, ich laufe mich dahin frei, ich gehe zurück, aber ich gehe nicht mit dem Ball. Dann schaffe ich keine neue Passoption, dann schaffe ich keinen neuen Winkel. Dann kann der Mitspieler mir nur den Ball zurückspielen, den Gegner super einfach zu verteidigen. Ich kann mich in alle Richtungen wegbewegen, nur nicht mit dem Ball gehen. Es sei denn, ich will jetzt einen Doppelpass spielen, dann kann ich auch mal so einen Lauf machen. Aber auch selbst dann, selbst wenn wir jetzt hier einen Doppelpass hier spielen, ist der Lauf die Richtung geiler, als der Lauf zu dir zu. Und das macht halt Leverkusen in Perfektion. Aber dann immer noch, weil sie genaue Abläufe haben auf dem Feld, weiß jeder genau, wer sein Nebenspieler ist und in welchen Raum er laufen kann. Also der Außenverteidiger weiß, er kann notfalls die Positionen des Außenstürmers einnehmen. Der Außenstürmer lässt sich dann zurückfallen. So dieses Dreiecks, Dreieckkombinationen und Dreieckläufe auch. Und das Zweite, was du ja auch gerade schon genannt hast, was wir bei Frankfurt schon hatten, Risiko dann im letzten Drittel. Weil, wie ich es schon gesagt habe, die trauen sich dann auch reinzuspielen. Aber da passiert ja auch nichts, weil sie wissen, sie sind gut abgesichert, weil sie wissen, wir sind am gegnerischen Strafraum. Gladbach hatte nach der 30. Minute keinen einzigen Schuss mehr, im gesamten Spiel nicht. Weil der Weg einfach im Konter so weit ist, den machst du halt in der ersten halben Stunde, hat Gladbach den vier, fünf Mal gemacht und hatten dann auch zwei, drei gute Abschlüsse. Aber den kannst du halt einfach nicht durchgehen. Der kann halt immer aus dem Mittelfeld, wer hat jetzt gespielt, die müssen wir mal kurz gucken. Wer hat angefangen, Cuné, Neuhaus, die machen den halt vier, fünf Mal. Aber die können halt nicht immer vom eigenen Strafraum bis in die gegnerische Hälfte reinrennen. Das geht halt nicht. Und dann weißt du halt, wir können halt im gegnerischen Strafraum dieses Risiko gehen. Und vor allem, du hast halt Risiko gehen. Du hast im System verankert eine automatisierte Ballrückeroberungsmaschine. Sobald Leverkusen den Ball verliert, und die wissen genau, sie gehen ein gewisses Risiko. Und die Option, den Ball mal zu verlieren, ist immer eingepreist. Wenn er verloren wird, haben die so ein geiles Gegenpressing. Die gehen sofort auf den Ball rauf. Die doppeln den Ballführer. Die wissen auch hinten, okay, was muss ich machen, wenn ein langer Ball kommt, dass sie richtig stehen, dass sie den wieder nach vorne weg verteidigen können. Das ist Wahnsinn. Die hören gar nicht auf. Die schalten instant um zwischen Ballbesitz, Ballverlust, Ballgewinn. Es gibt keinen Übergang. Die haben nur diese Aggregatzustände, Ballbesitz, Ballzurückerobern. Diese beiden Aggregats, und das flackert instant hin und her, wenn sie, es ist irre. Und das ist die Arbeit von Alonso, das muss man so sagen. Klar ist Leverkusen eine großartige Mannschaft, aber dass sie das so spielen, ist die Arbeit des Trainers. Und das Traurige daran ist, und da haben wir, oder werden wir bei Bundesliga International ja auch noch drüber sprechen, das Traurige ist, dass Alonso, dessen Tage in Leverkusen sind gezählt. Und im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, weiß jeder, dass diese Saison ist es. Ja gut, aber wenn er den Titel holt mit Leverkusen. Ja, deswegen sage ich, es ist diese Saison. Weil ich befürchte, selbst wenn die Mannschaft zusammen bliebe, was ich nicht glaube, aber nehmen wir mal an, selbst die Mannschaft bleibt zusammen, dann kommt ein anderer Trainer, der soll das fortführen. Und mit jeder Woche verlieren die weniger von diesen Sachen, die sie unter Alonso lernen. Verlieren sie mehr, meinst du? Was? Verlieren sie mehr. Jede Woche verlieren sie mehr von dem, was sie haben. Die Mannschaft wird immer weniger das sein, was sie jetzt ist. Und dann irgendwann wird der Trainer gewechselt, weil man ihn immer an Alonso misst. So, das heißt, der Niedergang, das klingt jetzt dramatischer, als ich's meine, aber so der, der Niedergang ist schon abzusehen, weil er mit dem Trainerwechsel einhergehen wird. Und deswegen muss es jetzt passieren. Jetzt ist die Saison für Leverkusen. Und ja, sie haben's einfach verdient, was zu gewinnen dieses Jahr. Ich muss aber auch sagen, bei aller Liebe, also, sie haben nur unentschieden gespielt gegen Gladbach. Ja. proben sie jetzt hier gerade vielleicht im falschen Spiel, wobei man sagen muss, Frimpong alleine hatte schon 17, ja eben. hundertprozentige Chancen, wo er einfach nur ins leere Tor schieben muss. da waren schon so Sachen dabei, wo man sagt, das hätte auch ein Sieg sein können, der 3-0 oder 4-0 ist, bei, weiß ich nicht, 25 zu vier Torschüssen oder so. Aber das müssen sie sich halt dann dieses Mal anrechnen lassen, dass sie die Torchance nicht gut genutzt haben und nur unentschieden gespielt haben. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja wirklich kein Fan von Leverkusen, aber ich bin Fan von den Spielern und der Spielweise und was die da für einen Fußball in die Bundesliga hier bringen und auch was für einen spannenden Meisterschaftskampf sie reinbringen. Und ich glaube, wir sind uns einig, wir können alle mal mit einem anderen Meister leben, auch wenn er Leverkusen heißt. Und es wäre auch einfach verdient, wenn sie das so über die Saison schaffen. Man muss auch fairerweise sagen, wie er schon gesagt hat, normalerweise gewinnt Leverkusen das Spiel auch. Also wenn man sich die Chancen anguckt nach Expected Goals und dann da eine Wahrscheinlichkeit ausrechnet, hätten sie mit 96% Wahrscheinlichkeit dieses Spiel gewinnen müssen. Also das ist ja schon ein krasser Wert. Und du hast auch in jeder Meistersaison vom FC Bayern hattest du immer solche Spiele, wo sie vorne das Tor nicht getroffen haben, wo der Gegner einfach tief stand und dann kam 0-0 oder 1-1 raus. Das kann schon mal passieren. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass es jetzt schon dreimal so am Stück so halb passiert ist, in Anführungszeichen. Gegen Leipzig ja auch in der ersten Halbzeit nichts kreiert. Gegen Augsburg haben sie auch sehr lange gebraucht. Also momentan fehlt vorne so ein bisschen der Abschluss. Das ist natürlich Boniface nicht da. Du merkst auch in Cusuno, in Tapsuba, die fehlen halt mit ihren Zuspielen auch in den Strafraum. Cusuno ist ja auch immer der, der mehr da reingeht. Und Palacios hat da auch noch gefehlt. Also das sind ja schon vier Spieler aus dieser Stammelf, die auch dafür für Torgefahr sorgen. Palacios hat gegen Augsburg das wichtige Tor in der Nachspielzeit geschossen. Deswegen ja da auch ein bisschen personell Adalas. Und auch von der Bank kam dann nicht mehr viel. Nur ein Teller und sonst... Sie haben jetzt den Boja Iglesias verpflichtet als Boniface-Ersatz bis Ende der Saison. 31-jähriger Mittelstürmer. Ja. Ja, der hat... In Betis Sevilla gekommen. Ja, der hat Erfahrung. Der weiß auch, wo das Tor steht. Jetzt zuletzt nicht mehr so performt, aber hatte auch schon gute Zeiten. Und der kann natürlich Schick dann auch mal ersetzen. Also du musst... Kommt ja auch noch Euroleague, DFB-Pokal. Und Schick ist verletzungsanfällig. Kannst jetzt die Saison nicht auf seine Schultern stellen. Das geht nicht. Und deswegen war das auch wichtig, dass die da noch jemanden geholt haben durch den Auswahl von Boniface. Weil wenn sich Schick jetzt noch mal verletzt, dann kollabiert die ganze Offensive da vorne. Das ist ja auch Quatsch. Von daher richtige Entscheidung. Wird seine Einsätze werden gekoppelt sein an den Fitnesszustand von Schick. Nehme ich mal an, wie viel er leisten kann. Aber wichtige Ergänzung auf jeden Fall. Und zeigt auch... Leverkusen kann halt reagieren. Das muss man auch einfach dazu sagen. Die können das halt. Aber die wissen auch, dass es dieses Jahr ist. Die wissen, es ist dieses Jahr oder never. Weil danach wird... Ein Würz wird wahrscheinlich gehen. Und Alonso wird vermutlich gehen. Also bei Alonso muss man mal gucken. Also wir haben ja noch in einer anderen Sendung auch über Liverpool und so gesprochen. Und da wird jetzt ein Stuhl frei in Liverpool. Und es sind diese drei Vereine Liverpool... Barcelona auch. Ja, aber es sind diese drei Vereine Liverpool, Madrid und Bayern. Das sind die Ex-Vereine von Alonso. Und klar, er passt von seiner Philosophie auch super zu Barcelona, meine ich. Von dem, wie er spielen lässt. Aber er hat halt diese Vergangenheit mit diesen drei Vereinen, wo ja auch immer spekuliert wird, er hätte so eine Ausstiegsklausel für diese drei Vereine in seinem Vertrag. Und in Liverpool wird jetzt überraschenderweise einer dieser Plätze frei. Für Madrid müsste er vielleicht noch ein Jahr in Leverkusen bleiben, bis Ancelotti eventuell dann aufhört. Barcelona wäre sofort frei. Aber er hatte, glaube ich, keine Ausstiegsklausel für Barcelona. Also das müsste frei verhandelbar sein. Und dann kannst du auch mal 30 Millionen für Alonso verlangen als Leverkusen. Aber wie gesagt, da haben wir ein Bundesliga-International-Video, das im Laufe der Woche auch auf dem Bundesliga-Kanal erscheint, den ihr alle da draußen abonnieren dürft, gerne. Dann können, da reden wir noch mal über, wer könnte wohl wann wie Landeshalb landen. So. Wir landen mal in der Werbung, oder? Wir haben alles gesagt. Wir haben genug geschwärmt. Von Leverkusen. Und machen eine kleine Unterbrechung. Und dann sind wir gleich wieder da. Und dann haben wir noch die Verfolger aus Bayern, aus Dortmund, aus Leipzig. Dann gibt's hier Krieg im Kino. Ihr habt eine Dauerkarte fürs Kino? Alle Streaming-Dienste, die es gibt, abonniert? Oder seht die Filme vor lauter DVDs in eurem Regal nicht mehr? Dann seid ihr bei Kino Plus genau richtig. Das hatte auch etwas Lüsternes, Voyeuristisches. Wir haben Tipps zu den angesagtesten Neuerscheinungen, Interviews mit Stars und Sternchen, Berichte von hinter den Kulissen, Quizze, Unterhaltung und vor allem eins, Meinung. Und es ist im besten Sinne des Wortes ein schöner Kitschfilm, eine richtige, geile Rom-Com. Nee. Also Abo dalassen und keine Folge mehr verpassen. Und für die Serienjunkies haben wir den Bader Binge Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Der VfB Stuttgart war in einer existenziellen Krise. Die Rückrunde konnte nicht die Erwartungen der Hinrunde erfüllen. Doch dann kam das Spiel gegen Leipzig. Ein Spiel, was Stuttgart in der Hinrunde 1-5 verloren hatte. Da habe ich meine Erinnerungen richtig bedient. Und da dachte man schon, oh mein Gott, Leipzig selbst mit Niederlagen im Gepäck angereist, die wollen was wieder gut machen, Olmo ist wieder da, die wollen jetzt was hier, zack. Nein. Stuttgart hat das Spiel 5-2 gewonnen und es war ein rasantes Spiel, es war ein richtig gutes Spiel von Stuttgart und sie haben gezeigt, dass sie das noch können. Dass es keine Eintagsfliege war in der Hinrunde, sondern dass da wirklich Substanz hinter ist und haben in einer Deutlichkeit ihren Rivalen um die Champions-League-Plätze in die Schranken gewiesen. Was jetzt so zwei Seiten hat, auf einmal, wie gesagt, diese Stuttgarter Seite, dieses unter Beweis stellen, wir können es noch und das andere ist, Leipzig ist in einer ziemlichen Ergebniskrise gerade. Fangen wir mal mit dem Guten an. Mit dem Guten, mit dem VfB Stuttgart. Wir haben ja noch gerätselt vergangene Woche, es gab ja da zwei Diagnosen, die man machen konnte. Erste Diagnose, Stuttgart kann ohne Girassi nicht gewinnen, weil sie bisher noch kein Spiel ohne Girassi gewonnen hatten. Zweite Diagnose sind einfach auswärtsschwach. Also haben zu Beginn des Jahres zwei Auswärtsspiele gehabt, auswärts die Saison sowieso, nicht immer geil performt. Und jetzt muss man auch sagen, nach diesem Spiel scheint wohl eher das mit dem auswärtsschwach zu sein. Weil jetzt vorheimischen Publikum, auch ohne Girassi, haben sie sehr, sehr gut performt, haben ein 5-3-2-System gespielt, manchmal auch zu einem 3-4-3 geworden. Aber dieser Doppelsturm aus Undorf und Leveling hat sehr, sehr gut funktioniert. Auch Leveling, immer wieder mit Läufen hinter die Abwehr, hat auch Undorf dann so ein bisschen befreit. Und Undorf hat in diesem Spiel den Torknoten gelöst. Also drei Treffer, das ist schon eine Hausmarke. Und damit hat er natürlich auch jetzt bewiesen, dass er es drauf hat vorne. Und das war halt, muss man sagen, ein wirklich, wirklich vollkommen verdienter Sieg, auch in der Höhe vor Stuttgart. Man muss sagen, also Leipzig war irgendwie von der Rolle. Also da waren teilweise Abwehrverhalten dabei, wo man sich sagt, haben die einfach keinen Bock gehabt an dem Tag oder so. Also gerade auch, welches war das Undorf-Tor, wo er zweimal geschossen hat, der erste abgewehrt und das war sein letztes Tor. Meinst du das Freistoß-Tor? Nee, nee, das war das Tor zum 5-2, glaube ich. Das war noch ein schnell, in Anführungszeichen, schnell ausgeführter Freistoß. Also der Ball lag da schon eine halbe Minute und dann schießen sie plötzlich da den Ball und halb recht schuldig bei. Schuss wurde abgewehrt und der zweite geht dann rein und da ist weit und breit kein Spieler da in der Nähe. Also wirklich, ich rede von drei Metern oder noch mehr, wo der Typ, der schon zwei Tore geschossen hat, ja, wo du, das kann ja beim Briefing nur der einzige gewesen sein, über den man im Sturm geredet hat, oder? Das ist der Undorf, ne, der schießt die Tore bei denen. Und da ist zwei bis drei Meter kein einziger Abwehrspieler. Das war schon kurios und generell waren da Fehlpässe dabei, wie man sie von Leipzig nicht kennt, chaotisch teilweise wirklich, es wirkte durcheinander in der Abwehr und auch im Aufbauspiel. Also ganz komisch von der Rolle und ich weiß nicht warum. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, was bei Leipzig da gerade irgendwie los ist, aber es ist jetzt die dritte Niederlage in Folge, vor allen Dingen gegen Mitkonkurrenten, Eintracht, Leverkusen, Stuttgart. Also gegen alle drei, die da oben irgendwie um die Champions League oder um die internationalen Plätze mitspielen. Und das ist schon eine Ansage aus Leipziger Sicht. Woran liegt das? Ich kann es mir nicht erklären. Ja, zum einen vermutlich auch in der Qualität der Gegner. Und das ist auch ein knackiges Auftaktprogramm, kann man auch so sagen. Aber vielleicht ist die Mannschaft auch nicht so gut, wie man gedacht hat. Also ich hätte sie auch für stabiler gehalten. Da ist es ja, die haben ja eigentlich, wenn man sich die Mannschaft anguckt, sehr viel Qualität auch nochmal dazubekommen. Du hast jetzt Simons, Xavi Simons nicht dabei. Hat gefehlt, ja. Haidara fehlt auf jeden Fall im defensiven Mittelfeld. Ja. Ist trotzdem immer noch eine... Ist trotzdem noch eine starke Mannschaft. Ja, klar ist es... Olmo dafür wieder da. Olmo wieder da. Das ist schon eigentlich A-Elf mit ein, zwei... Also mit ein, zwei Fragezeichen. Also Simons wäre vielleicht drin, wie gesagt, das Haidara. Aber trotzdem ist das keine Elf, die fünf Tore kassieren sollte. Und das ist ja auch immer der Anspruch gewesen von Rasenball-Sport, dass sie eben defensiv den Gegner zumindest ärgern können. Dass sie im Spielaufbau Mist sind, das haben wir jetzt ja schon oft thematisiert, war auch in diesem Spiel wieder nicht gut. Die einzige Idee war lange Bälle auf Schimmakor. Mehr hatten die auch nicht. Aber was halt, wie er schon gesagt hat, natürlich so Alarmglocken läuten lässt. Moment, lange Bälle auf Schimmakor. Ja, also immer aus der Abwehr dann. Schimmakor ist Rechtsverteidiger gespielt, ist nach vorne gegangen, haben sie immer diese Verlagerung nach rechts raus gespielt. Mhm. Und, aber was natürlich Alarmglocken läuten lässt, ist die Defensive. Wie du ja gerade schon gesagt hast, bei dem Tor auch überhaupt die gesamte Absicherung schlecht, wenig Intensität im Pressing, haben sich von Stuttgart, die das ja auch können, ausladdeln lassen. Ja, das ist wirklich Alarmglocken pur. Das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte von Rasenball-Sport drei Niederlagen am Stück. Klar, auch gegen die Gegner. Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart. Natürlich schwere Gegner, aber trotzdem. Ja, in der Abwehr muss man sagen, da kommt Willi Orban jetzt zurück, ist eingewechselt worden in der 85. Und der ist die Konstante in der Leipziger Hintermannschaft, der von hinten raus die Mannschaft führt und ja, die Erfahrung auch hat, der wurde schmerzlich vermisst. Klar, hast du, Luke Heber ist auch ein großes Talent, aber der Junge ist auch 21 und hat nicht die Konstanz drin und kann vor allen Dingen die Viererkette nicht führen. Und ansonsten hast du natürlich einen Klostermann, der mal Innenverteidigung spielt, mal rechts spielt, aber jetzt auch nicht unbedingt der Typ ist, der Lautsprecher ist so, der Leader, der vorangeht. Das ist Klostermann, das ist aber, glaube ich, ihr Ende zurückhalten, das ist naturell. Und ich glaube, dass schon die Rückkehr von Willi Orbans, wenn er fit bleibt und direkt jetzt vielleicht nicht am nächsten, aber im übernächsten Spieltag auch wieder Startelf stehen kann, das ist schon wichtig für die defensive Stabilität bei Leipzig tatsächlich. und dann ist es natürlich so, dass Xavi, der hat jetzt nicht unbedingt was für die Defensive zu tun, aber der kreiert so viel da vorne, beschäftigt den Gegner so immens da vorne drin mit seinen Pässen, mit seinen Dribblings. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob der da vorne für Unruhe sorgt beim Gegner. Also, das sind schon zwei Schlüsselspieler, die jetzt da nicht auf dem Platz standen, aber nichtsdestotrotz, andere Vereine haben auch Ausfälle zu beklagen, Stuttgart hat Ausfälle zu beklagen. Das kann auch nicht sein, dass seine Performance mit ein, zwei Spielern bei so einem Kader steht und fällt. Ja, und Stuttgart, muss man sagen, eines, finde ich, der besten Saisonspiele gemacht. Wirklich sehr, sehr selbstbewusst aufgetreten. Auch überhaupt nicht von Anfang an direkt dagegen gehalten, gesagt, okay, wir sind hier zu Hause, wir wollen hier auch das Spiel machen. Nicht sich hinten reingestellt, auf Konter gespielt, sondern nee, die haben einfach auch direkt nach vorne gespielt. Und das hat, das sah richtig gut aus, auch, was die da gemacht haben. Eigentlich, man weiß gar nicht, wen man da herausheben soll. Ich fand Wagnoman, Wagnoman, Wann, wie spricht man das aus? Wagnoman. Wagnoman? Wagnoman. Wagnoman. Wie sind's? Name. Klingt, als ob er einer von den Ghostbusters ist. Flankman. Ja, der Wagnoman. Flankman. Der hat das sehr gut gemacht. Ungefähr, super Leveling, hat ein tolles Spiel gemacht, sein erstes Bundesliga-Tor gemacht, zumindest für Stuttgart. führig, wieder an jeder fast Offensivaktion beteiligt. Nach hinten stabil. Also, das war eine ... Die haben sich stark zurückgemeldet. Und 18 zu 4 Torschüsse. Das haben nicht so viele Vereine gegen Leipzig in der Bundesliga. Ja, und vor allem sie ziehen das auch durch. Du siehst es ja manchmal bei Mannschaften, die führen an 1-0. Ja, okay, lass Leipzig mal machen. Ja. Nö, das ... Nö. Die hatten richtig Bock. Die hatten Bock, auch so, als dann das 2-1 gefallen ist durch Szeszko und der 31. 32. Denkst du ja, okay, jetzt ziehen wir uns mal zurück, lass die mal machen, soll ja nicht riskieren. Nö. Die sagen sich, das ist unser Ding, wir spielen unseren Stiefel durch und das find ich respektabel, das find ich super. Und dann gewinnst du das Spiel auf 5-2 und zitterst es nicht am Ende noch durch, selbst wenn du dann 2-1 gewinnst. Und das ist halt auch ein Selbstbewusstsein, ein Glauben an die eigene Stärke, an das eigene System. Die Stuttgart einfach lebt derzeit. Das kann natürlich auch mal nach hinten losgehen. Kannst vielleicht dann auch auf die Schnauze fallen mit und richtig kassieren, wie beim 1-5 in Leipzig. Aber das muss Stuttgart durchziehen. Die müssen sie selbst bleiben und dürfen nicht anfangen, sich in Frage zu stellen, um irgendein Ergebnis nach Hause zu schaukeln. Und dann machen die einfach der Liga auch Spaß. Das ist ja einfach wirklich eine Freude, denen zuzuschauen. Das ist echt krass, wenn man auch auf die Statistiken guckt. Zweikämpfe, 57 Prozent, mehr Dribblings, mehr Flanken, mehr gespielte Pässe. Gleiche Passquote, aber mehr gespielte Pässe. Also alles spricht hier für Stuttgart. Und ich bin mal gespannt, jetzt Leipzig mit drei Niederlagen in Folge. Als nächstes zu Hause gegen Union. Müssen die gewinnen? Wenn nicht, hast du eine Trainerdiskussion in Leipzig. Das glaub ich auch. Das glaub ich auch. Wenn die jetzt gegen Union nicht gewinnen, hast du eine Trainerdiskussion und dann hast du auswärts in Augsburg. Es sind ja jetzt eigentlich zwei Spiele, die sie gewinnen müssen und dann hast du das Spiel Champions League gegen Real Madrid. Du brauchst auch die Champions League-Qualifikation. Bist du jetzt schon wieder drei Punkte hinter Dortmund, die ja komplett den Vorsprung, den du dir herausgeholt hast, dass der Hinrunde ist, wieder komplett weg. Jetzt nach diesen drei Niederlagen. Man muss dazu relativiert wirklich sagen, Dortmund hat ein leichtes Auftaktprogramm. Ja, klar. Also die haben jetzt gegen Darmstadt, gegen Bochum und gegen Köln gespielt und Leipzig, wie gesagt, gegen Leverkusen, gegen Stuttgart. Also die haben ... Aber in der Vergangenheit war es ja auch oft so, dass genau gegen diese Gegner RB stark war. Weil sie da dann eben ihr Umschaltspiel aufziehen konnten, weil sie da aus einer gemäßigten Defensive spielen konnten. Und Probleme haben sie ja auch in dieser Saison bereits gehabt gegen Gegner, die gut stehen, wo sie dann selber den Ball haben müssen. Deswegen sehe ich jetzt gar nicht so positiv auf das Unionsspiel, weil sie da wieder in eine Rolle reingedrängt werden, die sie eigentlich nicht mögen. Und das war halt jetzt am Wochenende in der Hinsicht ein Veroffenbarungseid, dass sie gegen einen Konkurrenten fünf Gegentore kassiert haben. Das passiert eigentlich in dem Rasenballsport nicht. Das ist nicht das, wofür sie stehen in der Vergangenheit. So ist es. Wo stehen sie denn in der Tabelle? Das können wir uns noch mal angucken eben. Denn das war ja ein wichtiges Spiel jetzt gegen den direkten Konkurrenten. Big Points für Stuttgart, die damit den dritten Tabellenplatz verteidigen gegen ein heranstürmendes Borussia Dortmund. Und Leipzig muss tatsächlich so ein kleines bisschen abreißen lassen. Hat natürlich auch noch Frankfurt im Nacken und muss jetzt einfach Ergebnisse liefern. Da sieht man noch mal, wie weh diese Punkte gegen Darmstadt tun. Ja, jeder hat ja so Spiele, ne? Darfst du ja nicht vergessen. Dafür hast du jetzt gegen Mainz. Gegen Darmstadt hat nicht jeder solche Spiele. Ja, aber du hast gegen Mainz jetzt ein glückliches 1-0, was hässlich war. Das hätte auch 0-0 sein können. Aber nicht nur die Sachen sehen. Nein, aber gegen den Tabellenletzten mit minus 25 hat halt nicht jeder eine 2-0-Führung hergeschenkt. Nein, das ist natürlich dämlich. Aber was ich sage, ist, man tut sich keinen Gefallen, wenn man nur die Dinge sieht und nicht dann wieder die anderen. Man muss dann beide Sachen sehen. Und jetzt hast du schon wieder einen glücklichen Sieg gegen Mainz, wo du selber sagst, das Abseits-Tor ... Wo steht Mainz in der Tabelle? Aber dafür gewinnt ihr gegen Leipzig. Wenn ihr jedes Spiel gewinnen würdet, wärt ihr nicht Frankfurt. Dann wärt ihr halt Bayern München oder sowas. Gut. Wir sehen, einer fehlt da noch. Borussia Dortmund. Da oben aus der Champions League. Zwei. Was? Zwei. Die Bayern auch noch. Ja, stimmt. Aber die sind direkt eingestandwiched von Leipzig und Stuttgart, die Dortmunder. Deswegen fallen sie natürlich jetzt direkt ins Auge. Und die haben, wie wir schon gerade eben erwähnt haben, einen sehr guten Start in die Rückrunde. Hatten aber auch dankbare Gegner. 3-0, 4-0 und jetzt 3-1 gegen Bochum. Das reihte sich jetzt aber, finde ich, nicht so in die Riege der souveränen Siege ein. Das war schon ein hartes Stück Arbeit. Bochum hat's den Dortmundern nicht so leicht gemacht. War giftig, hatte zwischendurch auch mal die Möglichkeit, noch mal zurückzukommen. Ich fand's da sogar 1-1, als sie da noch auch Chancen hatten. Und am Ende macht es dann Füllkrug mit seinem Dreierpack, darunter zwei Elfmeter, der diesen Sieg sichert. Das ist, ja, ein souveräner Start. Aber wie gesagt, ich würde Bochum nicht so billig verkaufen jetzt. Die haben sich gut gewehrt in dem Spiel. Die haben sich gut gewehrt. Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen am Wochenende. Hast du dir ja mehrfach gewünscht, dass Moukoko und Füllkrug mal gemeinsam anfangen? Haben sie am Wochenende gemacht. Ja, das fand ich auch super. Und ich finde auch, dass in dieser Konstellation Moukoko am wertvollsten ist, wenn er nämlich neben einem Füllkrug spielen kann. Neben einem großen Stoßsturm, ob's halt ein Haller oder Füllkrug ist oder so. Aber es war jetzt ein Spiel und da hat nicht alles geklappt. Aber im Grundsatz ist das für mich die Position, auf der Moukoko am besten aufgehoben ist. Das war ein okayes Spiel. Ich würde das jetzt aus Dortmunders Sicht nicht zu hoch hängen. Sie haben halt sehr konservativ gespielt, weil du auch gegen Bochum weißt, die stören dich immer, die laufen dich an. Du musst gucken, dass du in der Abwehrüberzahl behältst und haben sie sehr lange mit Viererkette hinten aufgebaut. Vorne zwei Stürme, die sich dann fallen gelassen haben, versucht, die zu bedienen. War halt nicht das schönste Spiel, aber war zweckmäßig. Dann war ein bisschen das Problem, dass sie diesen Riesenfehler gemacht haben, kurz vor der Pause und dann eben Bochum zum Ausgleich eingeladen haben. Dann war es halt danach noch ein bisschen zerfahrener als vorher ohnehin schon. In der zweiten Halbzeit ist dann Marzen wieder ins Zentrum gezogen. Das haben wir auch vergangene Woche an der Taktiktafel gesehen gehabt. Da fand ich es dann ein Stück weit besser. Und am Ende hast du auch bei Proben einfach mehr Qualität, die du von der Bank bringen kannst. Beino Gittens, finde ich, hat dann schon einen großen Unterschied gemacht. Der hat dann auch wirklich zwei, drei gute Aktionen vom Flügel aus gezogen und hat, ja, der BVB sich dann am Ende den Sieg verdient. Hat aber seinen Stammplatz eingebüßt. Beino Gittens. Da hat es malen angefangen. Malen und Sancho halt, ne? Sancho, ja. Traurige Geschichte? Schwierige Geschichte. Füllkrug mit dem Dreierpack? Haben wir vergangene Woche diskutiert wegen Elfmeter und so, ob er nicht mal abgeben sollte. Andererseits ist Füllkrug auch einfach so ein geiler Elfmeterschütze. Und da hab ich nochmal überlegt, eigentlich ist es, es ist ja Fußball und am Ende geht's darum, dass du Tore schießt. Wenn du halt einen Elfmeterschützen wie Füllkrug hast, dann solltet er auch schießen. Nicht, damit du halt so eine Mediendiskussion kaputt zumachst, dann den Ball an den Sancho abgeben. Nein, lass du einfach Füllkrug weiterschießen. Du musst da mit einem Mindset rangehen, als würdest du einen Fußballmanager spielen, weil dann interessiert dich das Gelaber nicht. Da gibt's kein Gelaber beim Fußballmanager. Guckst du auf die Statistik, Jadon Sancho, Elfmeter, 73, Füllkrug, 93, er schießt, Füllkrug. Hab beide reingemacht. Und wenn ich dann eine E-Mail reinkriege, ja, der Spieler Sancho ist unzufrieden mit der Entscheidung des Trainers über den Elfmeterschützen. So wird das gehandhabt. Ja. Nein, aber es ist ja auch klar, also du hast einen sicheren Elfmeterschützen. Ich glaub, für Sancho ging's einfach darum, dass er natürlich dann diese Euphorie, jetzt ist er angekommen und hat dann einen Assist im ersten Spiel und wollte dann direkt ein Tor. Das wäre für ihn so dieses endgültige Ich-bin-wieder-da-Gefühl. Das war eine besondere Situation, die aus jetzt der Entwicklung von Sancho, glaub ich, entstanden ist und daher auch ein bisschen anders zu bewerten ist. Das war jetzt nicht so eine Kabelei, dass sie sich nicht einig waren, sondern das war die Situation, die war einfach besonders und ich glaube, das ist jetzt auch durch das Thema und Völkrog ist ein sicherer Elfmeterschütze und daher, ja, muss man da jetzt gar nicht sich so lange mit aufhalten. Marzen, muss man sagen, ist zumindest jetzt mal in diesen Spielen gegen Leichterregeln wirklich eine Verstärkung und in der Form auch nochmal ein Upgrade zu Benzebaini, der beim Afrika Cup ist, der wird sich strecken müssen. Ist nicht mehr, glaube ich. Ist ausgeschieden. Oder ist jetzt ausgeschieden, da ist jetzt einiges passiert. Die Achtelfinals wurden gespielt, jetzt, was wolltest du sagen? Ich hab bei Stuttgart was vergessen, aber egal. Was denn? Da sind jetzt ja noch Silas und Gürassi sind ja noch beim Afrika Cup und da gibt's eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, einer wird wiederkommen nach dem Viertelfinale, der andere nicht. Gürassi. Die schlechte Nachricht, der andere nicht, weil die spielen gegeneinander mit ihren Nationalmannschaften. Bei Tabsoba und Kusunu glaube ich auch. Und bei der Eintracht kommen übrigens alle schon wieder zurück. Wir sind alle wieder, genau, das hab ich auch vergessen. Eintracht hat das Glück, alle schon raus. Alle raus, ja. Er gibt gestern jetzt auch rausgeflogen. Das kann sich wiederum auf den Transfermarkt auswirken, weil es wird so vermutet, dass eventuell die Eintracht sagt, ja, mit Kalajic und Mamouche gehen wir jetzt in die Rückrunde und lassen uns nicht von PSG über den Tisch ziehen. Genau, und das ist mir gerade eingefallen, weil du Benzebaini gesagt hast, dass der auch jetzt, glaube ich, rausgeflogen ist und wieder zurückkommt. Genau, gilt jetzt auch für Kusunu, also der spielt ja für die Elfenbeiküste, wobei er nicht spielt, sondern auf der Bank sitzt. Und die spielen gegen Senegal und haben eine katastrophale Vorrunde gespielt, obwohl sie Gastgeber sind, haben drei Punkte geholt und sind als vierter, glaube ich, als vierter Gruppendritter, also die vier besten Gruppendritten sind weitergekommen und sie waren, glaube ich, der viertbeste Gruppendritte. Also, das ist wirklich reingeschlittert. Sonst wäre Kusunu schon längst wieder in Leverkusen und jetzt spielen die heute Abend, also Montagabend, gegen Senegal und wenn's das dann sein sollte und von der Form der Vorrunde ... Ja, das sind auch wieder so Just-Africa-Cup-Things. Der Elfenbeinküste-Trainer ist ja entlassen. Die haben jetzt ja keinen Trainer mehr. Die spielen jetzt ja heute gegen Senegal, wie du gerade erklärt hast. Auch komisch, bei Elfenbeinküste ist ja auch Haller, ne? Ja. Und der war noch in keinem einzigen Spiel im Kader. Warum ist der überhaupt mitgereist? Ist er nicht auch angeschlagen oder so? Ist auch genau so Geschichte, Gyrasi spielt ja auch nicht so viel, wo es dann heißt, äh, Verletzung, aber hab ich auch einen Bericht gelesen jetzt, dass da auch angeblich Stress hinter den Kulissen wieder geben soll, wegen Prämien. Aber er wurde jetzt zumindest eingewechselt im Achtelfinale Gyrasi. Und Keita ist ja auch da noch mit Genia unterwegs. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Aber die spielen alle auch tatsächlich relativ wenige, wenige Rollen so. Aber die sind auch dabei. Also wie gesagt, heute Elfenbeinküste gegen Senegal, Ägypten jetzt rausgeflogen, aber jetzt halt mit, ähm, Kongo gegen Guinea, genau, mit Silas gegen Gyrasi. Einer darf da wieder zurückkommen. Einer darf zurück. Das ist rechtzeitig zum Pokal, nächste Woche wieder da in Stuttgart. Ja, das wird auch noch mal spannend gegen Leverkusen. Genau, gut, also da tut sich ein bisschen was. Afrika Cup Achtelfinale heute sind die weiteren Spiele. Und abseits davon gewinnt Dortmund 3-1 gegen tapfere Bochumer, die im Westfalenstadion ein gutes Spiel gemacht haben. Ja, und Terzic muss man jetzt auch mal positiv erwähnen. Man hackt immer auf dem Ruhm und so weiter, aber diese Sahin-Bender-Geschichte scheint nicht negative Auswirkungen zu haben. Also die sind schon sehr gut in die Rückrunde gestaltet, zumindest punktetechnisch. Ja, aber da muss man jetzt wieder andersrum sagen, wie bei Rasenball-Sport. Nämlich, die haben jetzt sehr einfache Gegner. Das ist jetzt wieder wie in der Hinrunde. Wisst ihr noch, in der Hinrunde war ja auch am Anfang, da hatten sie auch die ganzen leichten Gegner und dann am Ende der Hinrunde kamen dann halt die schweren Gegner und da sahen sie nicht gut aus. Also Dortmund ist natürlich ganz schwer zu prädikten einfach, weil die alles jetzt erstmal wegspielen, jetzt am Wochenende Heidenheim und dann Bayern kommt dann irgendwann Mitte der Rückrunde, dann Stuttgart, Leipzig, Leverkusen, es kommt alles dann wieder Ende der Saison. Und der nächste richtige Benchmark wird, glaube ich, PSV. Das wird nochmal ein richtig richtig dickes Brett, das sie bohren müssen in der Champions League. Und ansonsten machen sie momentan, das muss man ihnen positiv zugestehen, momentan schaffen sie alle Pflichtaufgaben, die lösen sie alle, auch relativ souverän. Jetzt auch gegen Bochum war es ein verdienter Sieg, muss man sagen. Wenn man so ein bisschen kritisch, ja, Bochum hat auch gut mitgehalten, haben sie. Eher ein Kompliment für Bochum. Eher ein Kompliment für Bochum, aber am Ende, dass Dortmund das Ding gewinnt, war es schon verdient. Ja, auf jeden Fall. Es ist schon ganz geil zu sehen, wenn man sich so anguckt, dass es kommt dann nämlich auf Dortmund irgendwann so eine Reihe nach PSV, kommt dann zu Hause gegen Frankfurt, auswärts gegen Bayern, zu Hause gegen Stuttgart, auswärts in Gladbach, zu Hause gegen Leverkusen, auswärts in Leipzig. Also hast du eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele in Folge, wo du quasi nicht von ausgehen kannst, dass sieben Siege werden. Und du kannst das PSV-Spiel dann noch dazurechnen. Das ist ja wirklich, also hast du schon. Das ist ja dann wirklich von Mitte März bis Ende April wirklich ein Hardcore-Programm. Und wenn du jetzt guckst, die nächsten Wochen, klar, jetzt Heidenheim, Freiburg zu Hause, Wolfsburg auswärts, dann PSV, dann Hoffenheim zu Hause, Union auswärts, Werder auswärts. Da musst du jetzt die Punkte holen. Da musst du das Polster anfressen und vor allem musst du dann auch da reingehen und dich darauf vorbereiten, dass dann in diesen schwierigen Wochen du auch mal verlieren kannst und das dann eben im Gegensatz zu anderen sich nicht so fleckenartig über die Saison vertupfelt, sondern dass du vielleicht auch eine Strecke hast, wo du mal zwei, drei Spiele eben verlierst sogar. Und das wird Unruhe bringen, aber da muss man sich darauf vorbereiten, weil die Qualität der Gegner einfach gut ist und das kann dir mal passieren. Genauso müssen wir hier als geprüfte Analysten auch aufpassen, dass wir nicht den Fehler der Hinrunde begehen. Da haben wir auch häufig gesagt, ja, Dortmund spielt nicht geil, aber sie holen die Punkte, das ist schon alles gut. Aber dann kam halt diese Serie an Spielen, wo sie dann wirklich Woche an Woche eine schlechte Leistung nach der nächsten gezeigt haben. Dementsprechend würde ich jetzt Dortmund auch nicht sagen, die sind jetzt raus aus der Krise, nur weil sie jetzt drei Spiele gewonnen haben und der Champions League reingesandt sind. Das kann halt dann Mitte März, zack, wenn sie da nicht bis dahin die Leistung auch hochfahren, das wird da alles passieren. Auf jeden Fall. Leistung hochfahren, das müssen auch die Bayern. Sie haben jetzt gewonnen, 3 zu 2 in Augsburg und da gibt es so zwei Ansätze. Das eine ist, die Bayern haben immense Verletzungsprobleme, Aubamecano hat gefehlt, Kimmich hat gefehlt, Coman hat sich verletzt. Also, klar, Masraoui ist beim Afrika Cup, die gehen auf den letzten Stock, jetzt haben sie Eric Dyer verpflichtet und der hat direkt in der Startelf gestanden, weil sie keinen Innenverteidiger mehr haben, der sonst hätte spielen können. Pavlovic hat gestartet im Mittelfeld für Kimmich und auch von der Bank. Ja gut, dann hast du einen Tellschub, Obuting, Müller, aber dann kommt noch ein Svonarek in der 90. Minute zu seinem Debüt, meine ich auch. Also, die sind wirklich sehr, sehr dünn aufgestellt. Haben jetzt aber noch den, wie heißt der, Bojai? Von Galatasaray, der Rechtsverteidiger. Der Rechtsverteidiger, ja. Für viel Geld, mal schauen, wie der sich direkt so macht. Aber was ich damit sagen will, das muss man den Bayern natürlich zugute halten, das kann man nicht unerwähnt lassen, dass die gerade wirklich personell Engpass haben. Auf der anderen Seite sind es halt immer noch die Bayern und die Erwartungshaltung ist dementsprechend groß, das haben sie sich selbst auch verdient, ist mit elf Meistertiteln in Folge. Aber dieses Spiel gegen Augsburg war eben auch nicht so souverän, da mussten sie wirklich lange zittern und hatten dann auch ein bisschen Glück, dass Neuer noch einen Elfmeter hält, eine 88. Minute einen Elfmeter verschossen und dann in der 94. Machen sie das 3-2. Weiß man nicht, ob der entstanden wäre, diese Elfmeter, wenn sie vorher das Tor machen, aber man sieht schon, da mussten sie auch ein bisschen zittern zum Schluss in Augsburg und da fehlte natürlich dann die letzte Souveränität und Augsburg hat auch vorher, also beim Stande von 0-0, gut gespielt und hatte Pech, wirklich zweimal Pech, dass sie da nicht in Führung gehen. Also es war jetzt nicht die letzte Souveränität der Bayern, muss man sagen. Ich muss ja wirklich sagen, sie laufen auf letzter Rille. Nach der Halbzeit gab es eine lustige Szene, Guerreiro geht auf seine angestammte Linksverteidiger-Position, wird dann aber von, ich glaube, Daya dann hingewiesen, hey, du spielst doch gar nicht links, du spielst rechts und er so, ja, ups. Weil Guerreiro musste jetzt, und ich habe auch noch mal nachgeguckt, Rechtsverteidiger spielen auf Transfermarkt, laut Transfermarkt.de hat er das in der Bundesliga noch nie gemacht. Er hat schon 10er, 6er, 8er Linksverteidiger gespielt, aber noch nie Rechtsverteidiger. Da merkst du halt schon, was für ein Zahnfleisch, die da mittlerweile kriechen. Aber, wenn du dir die erste Elf anguckst, ich nenne es dir einfach mal vor, Neuer, Davies, Daya, Delikt, Guerreiro, Goretzka, Pavlovich, Coman, Musiala, Sané, Kane. Das ist eigentlich immer noch eine ziemlich feine Elf. Das ist halt nicht, wo du sagen musst, die muss sich jetzt irgendwie gegen Augsburg verstecken. Trotzdem hat Augsburg mit ihrem Rautenpressing den richtig Feuer unter Hintern gemacht in der ersten halben Stunde. Und dann nur dank einem Standard sind die Bahnen in Führung gegangen und dann kam auch die Ruhe ins Spiel. Also dann hat man auch gemerkt, das hat sie dann merklich beruhigt, hat dann so ein bisschen den Deckel auf diesen kochenden Augsburger Topf gesetzt. Augsburg danach auch immer wieder nach vorne gespielt, sehr, sehr mutig, sehr, sehr aggressiv, sehr gutes Spiel gemacht. Aber dann hatte auch die Bayern so eine größte Souveränität, auch ihre Chancen dann zu nutzen. Davies mit dem 2-0 und in der zweiten Halbzeit hat es dann, wäre es am Ende beinahe nochmal angebrannt. Aber es war auch, glaube ich, ein bisschen, weil die Bayern es ein bisschen haben anbrennen lassen. Der Elfmeter, den Neuer davor schuldet hat, war komplett unnötig. Ansonsten waren das halt viele lange Bälle von Augsburg. Ja, aber trotzdem, natürlich, diese Souveränität ist nicht da. Und wenn du auch dann guckst, haben wir ja gerade schon gesagt, Svonarek, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, wird dann eingewechselt, weil Pavlovich auch angeschlagen raus muss in der Nachspielzeit. Das ist natürlich was anderes. Und dann andererseits, Augsburg kann halt dann Sven Michel bringen, Arne Mayer bringen, gestandene Bundesliga-Profis. Ja, vor allem haben die jetzt auch, also gut, Kimmich war, weiß nicht, was mit Kimmich genau war, war dann nur gesperrt. Angeschlagen. Angeschlagen. Der wird zurückkommen, aber Coman fällt vielleicht sogar für die Saison, äh, für den Rest der Saison aus. Uppermekano, drei, vier Wochen, ähm, weg. Also, das sind dann schon auch, äh, Verletzungen, jetzt wenn, die haben im Prinzip, wie heißt der hier, äh, äh, Gnabry noch nicht wieder da. Also, da geht schon so langsam. Da darf jetzt sagen, nee, darf nicht mehr viel passieren, sonst hast du da in der Offensive wirklich, ähm, da fehlen dann schon Leute. Musiala auch nicht in Topform, muss man auch ganz klar sagen, ist nicht in der Form seines Lebens, ähm, und Leverkusen haben wir vorhin drüber geredet, wie die Fußball spielen, da kommen jetzt Spieler aus dem Afrika Cup zurück. Ja, wir bleiben bei der Einschätzung für Leverkusen, stehen die Zeichen nicht so schlecht. Aber, unterm Strich, und das muss man dann auch mal festhalten, holen die Bayern jetzt. Die Bayern gewinnen dieses Spiel in Augsburg und Leverkusen nicht. Und das ist dann am Ende die Geschichte dieses Spieltags. Klingt ein bisschen komisch, aber so ist es. Die Bayern holen zwei Punkte in der Tabelle auf. Übernächster Spieltag am 10. Februar um 18.30 Uhr Leverkusen gegen Bayern. Und da können wir zusammen gucken. Die Bayern haben jetzt auch so ein schönes Glück, dass sie jetzt zwei Wochen wirklich mal keine englischen Wochen haben. Wir sind ja aus dem Pokal raus, jetzt haben wir zwei DFB-Pokalwochen, jetzt können sie mal zwei Wochen trainieren, dann Maserawi wird wahrscheinlich auch dann vielleicht vom Afrika Cup wieder da sein. Leverkusen hingegen muss halt dann in der Woche des Bayern-Spiels noch das wichtige Pokalspiel machen gegen Stuttgart. Also so schlimm würde ich die Zeichen jetzt gar nicht sehen. Wenn Bayern jetzt gegen Gladbach nicht den üblichen Patzer macht am kommenden Wochenende, dann könnten die in zwei Wochen wieder von der Tabellenspitze grüßen. Also die haben jetzt die Chance dazu. Und ja, Verletzungssorgen, aber ich würde das, die müssten eigentlich noch einen Tick besser spielen können. Ich habe es ja gerade vorgelesen, die Startelf ist nicht wie Mieseste. Und jetzt kommt Kimmich, ist jetzt auch nicht langzeitverletzt. Müller spielt ja praktisch gar keine Rolle mehr, aber ist jetzt auch nicht ein Typ, der mit zwei linken Beinen geboren wurde. Du könntest da eigentlich schon noch, du kannst auch mit dieser Mannschaft in der Bundesliga Spiele gewinnen. Es ist immer noch, wenn du einfach nur die Mannschaft siehst, die auf dem Platz steht, dann würdest du natürlich sagen, dass die Bayern haben natürlich die deutlich bessere Mannschaft. Das meine ich, das ist halt dieses, auf der einen Seite muss man denen attestieren, dass sie halt wirklich viele Verletzte haben und auch noch mehr dazukommen. Und man muss auch sagen, Pavlovic hat ein sehr gutes Spiel gemacht, der hat sich wirklich in dieser Saison empfohlen. Die haben ja auch nicht, umsonst haben sie gesagt, wir holen keinen mehr fürs Zentrale Mittelfeld, Pavlovic ist da der Mann, auf den wir als Ersatzspieler setzen und das ist auch nicht unbegründend. Der hat ein gutes Zusammenspiel auch mit Guerreiro gehabt auf rechts, also Pavlovic wirklich ein Mann, auf den du da auch bauen kannst, wo du nicht sagen musst, du musst nicht wahnsinnig werden, wenn jetzt ein Goretzka oder ein Kimmich ausfällt. Das stimmt. Finde ich auch gut, dass man so einem Jungen die Möglichkeit gibt, dass es bei Bayern ja auch in der Vergangenheit oft gut gegangen mit Spielern wie Thomas Müller oder früher ein Schweinsteiger, Lahm, eine Generation davor oder auch eine Musiala, wenn du den jungen Leuten mal vertraust und die auch die Einsatzzeiten bekommen. Und andere Spieler, die halt, Entschuldigung, dass ich eingreifen, wie Heuberg, wo du siehst, wo der jetzt ist, die halt nicht die Chance bekommen bei Bayern, weil sie da zu früh gesagt haben, nee, klappt nicht. Ich hab so drüber nachgehe, als ich so den Kader mir angeguckt hab von Bayern und mir fehlt so ein bisschen als Außenstehender, ich bin kein Bayern-Fan logischerweise, aber so diese Bayern-DNA, du hast gerade gesagt, so Schweinsteiger, Lahm, Müller spielt keine Rolle mehr und ich frag mich halt, wenn jetzt ein Kimmich wird ja drüber spekuliert, ob er im Sommer geht, weiß man noch nicht, aber es fehlen mir so Goretzka auch nicht ganz klar, mir fehlt so ein bisschen, Neuer ist alt, ja, muss man ganz klar sagen. Ich frag mich halt, bei den Bayern waren immer für mich so ein paar so bayerische Koryphäen, ne, von Beckenbauer über Matthäus, über was weiß ich, über Schweinsteiger oder so, da waren immer so Leute, die man, denen man abgenommen hat, dass die einfach so richtige Bayern sind, so die gehören zu Bayern München, also nicht jetzt gebürtige Bayern, aber die gehören zu Bayern München, die repräsentieren diesen Verein. Das fehlt mir grad so ein bisschen bei Bayern. Ich hab das Gefühl, Bayern ist momentan so, die kaufen gute Spieler, ne, so ein Delict oder so, aber das ist nicht das Gleiche, so ein Delict fühlt sich nicht in München so, wie ein Hummels vielleicht sich in München gefühlt hat oder vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, was ich weiß. Das ist kein schlechtes Beispiel, weil der ja auch Verbundenheit mit der Stadt auch hat, ja. Aber, und ich frag mich halt so, ja, so, aber selbst früher so Zugekaufte, so ein Robben oder Ribéry, den hat man so abgenommen, die wollen hier bleiben. Die sind hier, um Jahre vielleicht bei Bayern zu bleiben, die tragen, selbst in einem Ribéry hast du gemerkt, der ist Bayern. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich bin nicht tief genug drin, ob ich das nur nicht mitkriege, weil ich halt eben nicht so nah dran bin, aber wenn ich mir so die Spieler angucke, da fehlen mir so, das sind alles gute Spieler, die auch natürlich ihre Leistung bringen, aber Davis ist schon in Gedanken irgendwie in Madrid, Kroos ist weg, Alaba ist weg. Wo sind diese? Kroos? Toni Kroos. Das ist ja schon lange her. Ja, aber das wäre ja so einer gewesen, wo du sagst, der hätte ja das in die Zukunft tragen können, den hat man ja dann nicht gewollt. Also mir fehlen so ein bisschen diese Bayern-Gesichter. Ich glaube, man könnte so Kane zu so einem neuen Robben-Ribery aufbauen, ich glaube in drei, vier Jahren. Der ist 30, hat dann nur ein paar Jahre, paar gute Jahre, glaube ich, in sich. Ich glaube, was ja auch so ein Thema jetzt momentan ist, ich habe da auch einen längeren Artikel im Athletic von Raphael Honigstein gelesen, ist Kimmich, weil ich glaube, Kimmich ist noch das, was du gerade beschreibst, der kommt dann noch am ehesten ran, aber momentan halt bei den Bayern auch nicht so gern gesehen, sondern der wird ja auch registriert, dass er aktuell sehr stark kritisiert wird, auch von so Experten wie Matthäus. Er hat ja auch Beef mit der Bild-Zeitung seit dieser ganzen Impfgeschichte damals und man hat aber nicht das Gefühl, dass die Bayern da so zur totalen Verteidigung blasen, wie man das vielleicht aus der Vergangenheit kennt, wenn ihre Leute da am Pranger standen, wo man das Gefühl hatte, ja, den wollen wir unbedingt haben und man hat auch nicht das Gefühl, dass sie unbedingt diese Verlängerung wollen, wo man halt sagen würde, eigentlich ist Kimmich doch noch der am ehesten, der diese Bayern, dieses Bayern-Ding, auch dieses außerhalb von München nicht der beliebteste zu sein, aber halt dieses Siegergehen dann auszustrahlen, auch dieses unsympathische Siegergehen dann teilweise als Außenstehender, aber es ist auch was, was einen Verein nach vorne peitscht, aber der scheint, was man so aktuell da liest, was auch in diesem Athletic-Artikel stand, sehr, sehr stark mit Wechselgedanken zu spielen, weil er eben das Gefühl hat, er bekommt in München nicht mehr diese Liebe, die eigentlich ein Spieler seines Standings bekommen sollte, weil er eben noch der Letzte ist, der das hochhalten kann. auf lange Sicht. Also mir geht dieses, ihr habt's ja schon mal gesagt vor ein paar Wochen, mir geht dieses Kimmich-Bashing ein bisschen auf die Eier, weil ich finde das unangemessen, sich so an einem Spieler abzuarbeiten, letztendlich spielt er das, was er kann und wenn das nicht genügt, dann kann man drüber sprechen, okay, dass die Leistung nicht besser ist, aber das als Einladung zu verstehen, ihn immer wieder so als Brennpunkt des Hasses oder der Kritik herauszupicken, versteh ich nicht. Es ist auch eine Qualität, das einstecken zu können, das befreit andere Spieler eben auch davon, im Fokus zu sein, aber am Ende des Tages ist, finde ich, nicht Kimmich das Problem des FC Bayern. Seh ich nicht. Nee, aber es kann halt sein, dass er weg ist. Und auch nicht der Nationalmannschaft übrigens. Ja, es kann sein, dass er weg ist, du hast mit Neuer und Müller scheidende Leute, also ich frage mich jetzt auch nicht nur, es geht mir nicht nur um nächstes Jahr, sondern es geht auch so um die langfristige Bayern-DNA. Wer sind diese Bayern-Spieler, die dieses FC Bayern repräsentieren, dass das nicht einfach nur eine, ich sag's jetzt mal, auch wenn's nicht so ist, vielleicht aber so eine Söldnertruppe an Top-Spielern, die überall zusammengekauft werden, so wie das aber alle großen Vereine mittlerweile machen, ja, ob das ein Real oder ein PSG oder so ist, sondern beim Bayern hatte ich immer das Gefühl, so da sind irgendwie... Nö, also ich geh 100% mit bei dir, Real hat, muss man sagen, die hatten über viele Jahre die gleiche Achse an Spielern, die ja auch super erfolgreich waren, ein Benzema vorne, Ronaldo lange, dann ein Modric, ein Kroos, also die, die haben genau das, was du beschrieben hast, hatten die, haben jetzt auch natürlich dann altersbedingten Umbruch, der aber sehr gesund vonstatten geht bei Madrid, weil nicht alle auf einmal gehen, sondern erst geht ein Ronaldo, dann geht ein Benzema, irgendwann wird ein Mann Modric gehen, dann wird ein Kroos gehen, so, das wird halt punktuell ersetzt und das macht Madrid ja wirklich gut, muss man sagen, aber ich geh auch bei dir mit, was du über Bayern sagst, weil da müssen sich natürlich jetzt Spieler finden, weil du hast halt Ribéry und Robben erwähnt und da hast du jetzt, kannst du Sané und Coman erwähnen, Coman ist auch seit Ewigkeiten im Verein, aber ist halt sehr oft verletzt und ist natürlich auch sehr zurückhaltend, ist niemand, der in Erscheinung tritt und irgendwas repräsentiert, ist ein großartiger Spieler, aber es ist jetzt, er hat nicht den Status, den Robben oder ein Ribéry hat, Sané auch, es ist ein sehr hochveranlagter Spieler, aber sehr wankelmütig, so ist auch einfach, auch nicht der Lautsprechertyp, weißt du, wird jetzt auch wieder drüber gesprochen, ob verlängert wird oder wechselt er nochmal, also das, Davies hast du erwähnt, das ist, geh ich voll mit, auch ein Goretzka, war vor der Saison schon beinahe aussortiert und so weiter, da ist eine Menge Bewegung drin, die früher vielleicht nicht so war, wo es halt mit Lahm, Schweinsteiger, Ribéry, Robben, gab es einfach konstanten Lewandowski da vorne drin und so, das ist eine schwierige Situation für Bayern. Und ich mache mir keine Sorgen, dass die nicht Spieler finden, die spielerisch das ersetzen können, ne, die haben die Kohle und den Markt und so, aber die DNA und da ist halt auch immer die Frage, inwiefern das auch erfolgsentscheidend ist bei den Bayern, weil wenn du, weiß ich, wenn du hast immer das Gefühl gehabt, du hast so eine, so ein, zumindest, ja, so eine Struktur an Spielern, die diese Bayern-DNA vorgeben, ne, mit, wenn du da ein Neuer, ein Müller, ein, was weiß ich, ein Hummels, ähm, äh, dann noch ein Schweinsteiger früher oder so, äh, du hattest immer so ein Gerüst an Spielern und darum kannst du dann irgendwelche Topstars noch so garnieren, aber jetzt hast du dann nur noch irgendwelche zusammengekauften Topstars, die vielleicht mal länger bleiben wollen, mal weitergehen, das als Sprungbrett sehen oder nicht, wie auch immer, aber mir fehlt so ein bisschen dieses klassische Bayern-Gehen. Ist ja auch im finanziellen Interesse. Jetzt letzte Woche kam wieder die Money League raus, das ist so die Bewertung der umsatzstärksten Klubs der Welt, Bayern wieder ganz vorne mit dabei, aber die sind natürlich der Verein, der am meisten, ähm, Commercial Revenue heißt das, also so aus Sponsoring und solchen Geschichten ziehen, weil sie natürlich auch nicht die TV-Einnahmen haben, wie die Premier League-Clubs, wie auch in Real Madrid, wie in Barcelona, weil die Bundesliga da einfach nicht so zieht. Und die müssen natürlich auch auf anderem Gebiet irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben, dass sie halt eben auch Sponsoren ziehen, dass sie halt eben der FC Bayern sind, dieses Mir Samir auch ausstrahlen können. Und da sind natürlich solche Spieler, die eben sagen, hey, ich verbringe meine gesamte Karriere bei Bayern. Das ist natürlich sau wichtig, weil die ziehst du ja nicht nur als Spieler durch, die hast du nachher auch als Koryphäen, als Vereinskoryphäen, die du dann ausstellen kannst, die du um die Welt schicken kannst, Botschafter des Vereins, solche Geschichten. Das ist ja extrem wichtig für so einen Traditionsverein, wie er Bayern auf der internationalen Bühne wahrgenommen wird. Wobei, das können ja dann die Ausscheidenden machen, ne? Also Neuer, Müller oder so was. Ja klar, aber du musst ja auch immer in längeren Abständen denken, was ist denn in zehn Jahren? Und wenn du natürlich einen Kimmich verlierst jetzt, dann ist der in zehn Jahren dann wahrscheinlich vielleicht nicht da für das, was er dann eben sein könnte. Weil Kimmich ist ja schon einer der herausragenden Spieler aus seiner Generation. Aber wir sind jetzt sehr weit abgeschlägt. Lass uns mal zu einem anderen herausragenden Ereignis unserer Generation kommen, nämlich zwei Siege in Folge für den SV Werder Bremen. Zu schade, dass beide Erfolge nicht von Nico Beckspin persönlich kommentiert werden konnten. Er hat das nicht antizipiert und hat dementsprechend andere Termine im Vorfeld gebucht nach diesem Erfolg gegen die Bayern. Das war ja sehr unerwartet. Jetzt 3 zu 1 gegen Freiburg. Und auch das war ein Spiel, wo man den Stempel verdient drauf drücken kann. Das war ein gutes Spiel von Bremen. Freiburg hat auch über einen gewissen Zeitraum gut mitgespielt und hätte auch vielleicht noch ein Tor schießen können. Aber am Ende muss man sagen, scharke Leistung von Bremen, was ist da los? Was ist los in Bremen? Ich finde es schön, dass Ole Werner jetzt in den vergangenen Wochen so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen wurde. Weil sie doch in der Hinrunde hatten sie häufig dann noch diese alte Aufstellung. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Dann Mittencourt durfte spielen, vorne Dux-Boré. Jetzt in den letzten beiden Spielen gegen Bayern und jetzt auch gegen Freiburg waren sie durch Sperren und Verletzungen gezwungen, mal in Felix Agu reinzuwerfen, Jinmar vorne reinzuwerfen, Volta Marder hat Spielzeit bekommen. Seine Linnen darf jetzt endlich mal von Anfang an spielen und ich finde, mir gefällt diese junge neue Werder-Mannschaft sehr, sehr gut. Weil die ein neues Tempo haben, das ihnen in der Hinrunde manches Mal gefehlt hat. Weil ich finde auch Linnen in der defensiven Absicherung sehr, sehr stark. Ist vielleicht in der offensiven Positionierung nicht so gut. Ist auch nicht so kreativ wie mit Bittencourt natürlich, aber der hat eine defensiv sehr, sehr gute Absicherung und dann kann auch Stay wieder ein bisschen mehr offensiv beitragen. Und Jinmar gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der hat sehr viele Tiefenläufe drin, der bringt viel Tempo mit, gutes Zusammenspiel auch mit Dux. Und diese Mannschaft aktuell ist mal ein neues Werder-Gesicht. Ist halt nicht diese alten Haudegen, sondern ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Spielwitz, ein bisschen mehr Kreativität. Und das hat mir gegen Freiburg sehr gut gefallen. Man muss aber auch dazu sagen, dass wenn Freiburg drei Tore kassiert, das ist ja eigentlich immer ihre Sache, keine Tore zu kassieren, dann hat Freiburg auch nicht das beste Spiel gemacht und das haben sie an diesem Nachmittag nicht. Offensiv sehr einfallslos, sehr viele lange Bälle in es nirgendwo, sehr viel hinten rumgespielt, kaum Spiel durch das Mittelfeld, haben sich da wirklich den Schneid abkaufen lassen und auch defensiv in den wichtigen Situationen einfach nicht zweikampfstark genug. Da merkst du auch, dass ein paar Spiele einfach fehlen, dass du halt nicht mit der allerbesten Kapelle spielen kannst, gerade hinten die Abwehr Makengo, Sildelia, Ginter, Kübler ist nicht die erste Wahl und deshalb Werder dann in den entscheidenden Situationen schlicht und ergreifend ausgenutzt. Ja. Ich hab das Spiel leider nicht gesehen aus mangelndem Interesse. Ja, das sei dir verziehen. Jinmar, finde ich, kann man nochmal so ein bisschen herausstechen, der auch zu der Saisonbeginn immer so als Joker für Gefahr gesorgt hat und seine Szenen hatte, insbesondere wenn sie ein bisschen kontern konnten und er mit seiner Geschwindigkeit auch Platz hatte, der jetzt sich dann auch vorne in der Startelf festzuspielen scheint. Gegen die Bayern hat er natürlich, klar, da hat er super in die Spielidee gepasst, dass er eben derjenige war, der mit seinem Tempo in die Räume reingeht, die dann Weiser oder Voltemade dann irgendwie per Ablage ihm ermöglicht haben. Jetzt im Heimspiel gegen Freiburg wäre das vielleicht die Grundvoraussetzung und gleich andere, weil natürlich Freiburg auswärts nicht die Räume anbietet, die Bayern zu Hause anbietet, vielleicht nach hinten raus, aber trotzdem kommt er immer besser rein. Er hat jetzt auch das Tor gemacht, gutes Spiel gemacht, sorgt immer mehr für Gefahr. Das ist ein Spieler, der Spaß macht derzeit. Ja, absolut. Also, der bringt ein Tempo mit, auch eine Unbefangenheit, der traut sich auch in Eins-gegen-eins-Situationen reinzugehen, im Vollgas, im Vollsprint, immer wieder hinter die Abwehr laufend. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich den gerne mehr sehen würde, jetzt zeigt er das auch. Man steckt aber da auch nicht drin. Ich würde jetzt hier nicht Ole Werner zu sehr kritisieren, weil der hat ja auch immer wieder gesagt, bei Linnen und bei Jinma, die müssen noch ins System reinwachsen, defensive Aufgaben lernen. Vielleicht hat das einfach mal so ein halbes Jahr gebraucht, bis sie das jetzt wirklich veränderlicht haben, aber jetzt auch mit Linnen, mit Jinma, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich sehe noch nicht, wie man da Boree jetzt wieder aktuell, wieso man ihn einbauen sollte, weil du halt mit Duxch hast einen, der die Pässe spielt, du hast mit Jinma einen, der das Vollgas gibt. Aber dann verstehe ich nicht, warum man ihn nicht verkauft hat. Na gut, wenn dann mal Jinma ist, wie alt ist der? 20? 23. 23 schon, oh ja gut. Nee, 23, ja. Aber trotzdem, der wird jetzt ja vielleicht eine Schwächephase oder sowas bekommen. Du hast halt vorne nicht viele Optionen dann. Du hast halt Jinma, Duxch und Boree. Wollte Marde noch. Kovnacki. Kovnacki spielt ja gar keine Rolle in dieser Saison. Also hat sich mit den Leistungen holen, hat leider den Sprung zur Bundesliga nicht geschafft momentan. Wollte Marde ist noch eine sehr gute Option, aber der ist eher ein Duxch-Ersatz. Der ist ja auch eher ein Spieler, der ins Dribbling geht, der halt den Ball festmacht. Ja, ist schwierig, dann Boree ziehen zu lassen, gerade wenn du keinen Ersatz hast und wenn du kein Geld für den Ersatz hast. Und Boree hat ja auch ganz gut performt. Ja, kein Flop. Nee, ich mein nur, aber die Gefahr ist natürlich, dass der unzufrieden ist oder irgendwie, ne, dass du da der Stress ... Ja gut, dann muss man sich vielleicht nicht in Südamerika mit einem Trikot eines anderen Vereins ablichten lassen. In Bremen hat er sich. Oder in Bremen, mir doch egal. Aber jedenfalls, da bin ich ja aus der Vergangenheit auch ein bisschen empfindsam. Das macht man einfach nicht. Da muss man dem derzeitigen Verein auch ein bisschen Respekt zollen und dann ... Ja, das kannst du einfach nicht bringen. Da muss man das ... Kannst du hinter den Kulissen machen und dann spielst du es seriös zu Ende. Aber so derartig zu präsentieren, dass man mit dem Kopf schon woanders ist, da kann man ja keine Forderung mehr stellen, finde ich. Also da sollte Boree jetzt mal ein paar kleinere Brötchen backen. Was wir bei Werder noch erzählen könnten, neue Investoren stehen am Start. Wahrscheinlich was, was wir mit Nico dann klären müssen. Aber die Freunde Werders wollen investieren, ein paar Prozente am Club. Ich glaub, 10 Prozent für 40 Millionen oder so was. War das ... War das sicher? War das nicht ... Ist Stuttgart, die 40 Millionen kriegen für ... Stimmt, Werder, Bremen ... Ne, Bremen auch. Ne, Stuttgart ist, glaub ich, das war das Ding, Stuttgart ist nämlich doppelt so viel mehr. Aber Bremen hat irgendwie mit Baumann über Baumann eine Aktiengesellschaft der Freunde Bremens oder irgendwie so was mit auch 32 Millionen oder irgendwas. Also sie wollen 18 Prozent haben für 38 Millionen. Also sind dann ... Ja, und ich glaube, bei Stuttgart waren's 10 Prozent für dasselbe. Also ... Mit Porsche dann. Mit Porsche, genau. Ja, aber andererseits hast du dann auch lokale Investoren. Also jetzt nicht so, dass da irgendwie jemand von außerhalb kommt oder so. Welche Ex-Profi waren noch dabei? Jetzt bin ich gerade auf dem Schlauch. Welche was? Ex-Profi von ... Bremen? Werder. Rune Bratzett. Windenrufer. Nein, nein, um Gottes Willen. Uli Borowka. Äh ... Kamenz Riedle. Ja, ich werd's noch mal kurz gucken, aber jetzt soll ich gleich sagen. Ich bin gerade auf dem Schlauch. Gut, aber jedenfalls kommt ein bisschen frisches Geld rein. Ja. Mit dem sie was machen können. Ja. Das wäre nochmal zu wünschen für den Verein natürlich. Einer der wenigen ist mit einem negativen Eigenkapital in der Bundesliga wirklich auf den Stock geht, was finanziell angeht. Merkt man ja auch jedes Jahr wieder an den Transfers. Aber ... Dem muss erst mal kommen, das Geld. Also aus Investorenbündnis, aus Frank Baumann, der war's nämlich, Frank Baumann, so. Kurt Zech, Marco Fuchs, Arndt Brüning, Jens Christophers, Martin Harren, Klaus Mayer und Harm Ohlmayer. Die sind Privatpersonen, die dann diese 38 Millionen aufnehmen. Was ich sehr interessant finde, weil Baumann ja ein Amt ist. Das könnte auch so eine Gruppe sein, die du besoffen mit so einem Bollerwagen beim Bullspielen irgendwo hier in Hamburg auf dem Deich findest, oder? So von den Namen her. Aber ja. Die wollen halt Prozente kaufen, halt Freunde von Werder. Es gibt ja auch zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt gibt's ja auch solche Investorengruppen. Freunde der Eintracht. Die Freunde der Eintracht oder sowas, genau. Damit da eben ein bisschen Geld reinkommt in die Kassen. Ja. Also das find ich ganz gut. Das braucht man dann sich selbst beteiligt, um einkaufen gehen zu können. Ja, aber es ist was, irgendwie müssen diese großen Traditionsvereine, ähm, also es geht nicht anders. Irgendwo musst du Kohle mit reinnehmen. und wenn um dich rum irgendwie alle Investoren oder Gönner oder Mäzen oder Werksclubs haben, äh, wenn du nicht zwangsläufig, also ... Das Problem ist, wenn alle das machen, dann steigen ja die Preise und dann ist das Ergebnis vergleichbar, als wenn's keiner macht. Ganz genau. Das ist halt ... Aber wenn du's nicht machst, hast du keine Chance. Also musst du's machen. Also es ist leider ... Deshalb ist ja die Debatte über 50 plus 1 durchaus sinnvoll, weil dann kann man auch gleich sagen, dann lass es uns öffnen, anstatt dass jeder irgendwie versucht zu gucken, wo er das mit welchen Methoden auch immer umgehen kann oder mauscheln kann oder so, damit er vor den Fans noch sagen kann, wir haben gar keinen Investor. De facto ist mehr oder weniger fast die ganze Bundesliga auf die ein oder andere Weise abhängig von irgendwelchen Geldgebern. Wenn es 50 plus 1 in der reinsten Form gäbe, wär das ja auch ein richtiger Vorteil für die Traditionsvereine. Ja. Weil natürlich sind Freunde von Werder Bremen, die da mal eben ein paar, zig Millionen reinbuttern, das ist ja auch kein wirtschaftlich, mega sinnvolles Investment. Das wird dir jeder sagen, wenn du Geld verdienen willst, geh nicht in den Fußball, sondern dann leg es konventionell an oder kauf dir irgendwie in Wachstumsbranchen. Also da kannst du halt nur, wenn du viel Glück hast und viel Geld halt, wenn du viel Glück hast und viel Geld hast, kannst du da mit Geld rausziehen, frag mal Klaus-Michael Kühne. Aber es gibt ja keine Freunde, jetzt tut mir leid, liebe VfL-Wolfsburg-Fans, aber es gibt jetzt keine Freunde für das VfL-Wolfsburg, die mal eben 40 Millionen in den Verein reinbuttern würden. Durch VW. Ja, genau. Aber das ist ja was anderes. Oder Hoffenheim, guck dir mal, Achtung, Überleitung, Hoffenheim gegen Heidenheim an und guck dir mal an, wie das Stadion da aussieht. Es ist irgendwie zu einem Drittel gefüllt, es ist eine Geisterkulisse gewesen. Wenn die nicht einen Mäzen hätten, der da Milliarden reingepumpt hätte in dieses Unternehmen. Ja, Milliarden. Ja, Millionen, whatever. Dann, ähm, es gibt einfach keine, es gibt einfach keine Berechtigung, dass dieser Verein existiert. Muss man einfach so sagen. Es gibt keine, nicht aus, das ist künstlich am Leben gehalten und es schadet der Bundesliga. Wenn du solche Spiele siehst, wie Hoffenheim gegen Heidenheim und ich hab mir vorgenommen, heute nichts zu diesem Spiel zu sagen, außer das, weil ich mir gesagt habe, wenn selbst die Hoffenheimer keinen Bock auf das Spiel haben, dann muss ich nicht hier in der Sendung sitzen und so heucheln, als ob mich das interessieren würde. Ja. Tut mir immer leid für die Heidenheimer, die können ja nichts dafür, dass sie halt besser arbeiten als der Rest, ist ja nicht. Das stimmt. Aber da muss ich jetzt mein Prinzip getreu sein. Das war ein Heimspiel von Hoffenheim. Ja, also, dass die Ränge so leer sind, das find ich auch einfach nur enttäuschend, weil das wirkt so ein bisschen so, als wenn man in Hoffenheim sagt, ja, also gegen Heidenheim gehen wir nicht ins Stadion. Aber dann müsste man eigentlich sagen, dass wir in der Bundesliga spielen, das ist auch eine Verpflichtung für uns, dass wir das Stadion vollkriegen. Das interessiert mich nicht. Wenn der Gedankengang zu sagen, ja, gegen die Bayern gehe ich hin, aber gegen Heidenheim, nee, das ist mir nicht attraktiv genug. Dann denk ich mir, nee, ey, dann geht halt auch ins Stadion. So, dann geht halt auch ins Stadion. Das ist dann eure Verpflichtung als Region, wenn ihr euch schon umbenennt in 1899 und solche Sachen, dann geht da jetzt halt auch einfach ins Stadion rein. Und der muss halt, der muss halt hier bei SAP, ist halt dann mal betriebsfrei und dann werden die halt zwangsverpflichtet, da hinzugehen. So, geht heute nicht ins Werk. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber du tust dir so, als ob wenn das Stadion voll ist, dass es dann mit Hoffenheim-Fans voll wäre. Natürlich gibt es da ein paar Hoffenheim-Fans, die dann sich nur die Perlen rauspicken, aber letztes Jahr war ich gegen Köln, war es glaube ich, im Stadion. Und da war ja dann die Hälfte der Fans aus Köln einfach da, weil Köln-Hoffenheim jetzt nicht die Megastrecke ist und dann sich vielleicht ein paar Kölner-Fans denken, Mensch, nehm ich mal hier ein Spiel meiner Kölner mit. Und genauso, wenn die Bayern kommen, dann ist das Stadion halt zur Hälfte mit Bayern-Fans voll, weil dann die Bayern-Fans aus der Region sagen, es ist ein easy Ding, das ich mir angucken kann. Niemand geht da hin. In der Region gibt es keine Fans für Hoffenheim. Es ist ein künstliches Produkt. Also es gibt schon ein paar Fans. Ja, natürlich, es gibt auch ein paar Fans, die weiß ich nicht, die D-Jugend hier an der Schanze sich angucken. Aber es gibt keine Bundesliga-Fangemeinde. Die sind in Mannheim, die sind in Karlsruhe, die sind, was weiß ich, in Lautern, in Frankfurt, in Mainz, in Wiesbaden, im gesamten Einsatz. Es gibt zig Vereine im Einzugsgebiet, wo es Fankulturen gibt. Hoffenheim ist keine davon. Es ist ein künstlich hochgezüchteter Verein, dem man ein paar Würstchen und ein bisschen Stadionatmosphäre bietet, damit überhaupt eine Familie da sagt, die da irgendwie, was weiß ich, in Hilsbach oder was weiß ich sagt, was machen wir denn heute? Aber da gibt es keine Fankultur. Es ist ein komplett Fake-Verein. Entschuldigung, ich reg mich schon wieder auf. Über so ein altes Thema wie Hoffenheim. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ja nichts, was aus dem gerade, hups, oh, wo ist es das? Ich weiß auch nicht, wo das jetzt gerade herkommt. Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht einfach, weil du mehr über das sagen kannst, als über das Spiel, weil du das Spiel nämlich nicht gesehen hast und dann überkompensierst du das mit deinem Hass auf das Grundkonstrukt. Ist ja gut. Aber lass uns doch mal dann für alle Leute, die vielleicht am Sportlichen doch noch ein bisschen interessiert sind, das Spiel kurz beleuchten. Wir sind an einem Punkt, wo Heidenheim selbigen holen kann in Hoffenheim und man sagt, ja, das ist jetzt nicht die fausticke Überraschung und das ist vielleicht die größte Errungenschaft, die Heidenheim diese Saison erzählt hat. Wir können jetzt auch wieder diesen Full Circle machen zu Wolfsburg, zu Beginn der Sendung. Warum ist es in Hoffenheim leer? Naja, weil die Hoffenheimer spielen jetzt auch nicht momentan dieses Spektakel, diese Action, auch diese Gewissheit auf den Hoffenheimer Sieg den Fans bringen, dass sie da jetzt auch der Fifty-Fifty-Fan sagt, Mensch, geh ich mal, oder die Familie, wie du gerade schon gesagt hast, aus, wo hast du es genannt? Hillsborough, was gibt's da alles, keine Ahnung, ich kenn mich da nicht aus. Ja, irgendwelche kleinen ... Auf jeden Fall, dass da auch die Familie aus einem angrenzenden Ort sagt, ich geh da mal am Wochenende hin, weil das ist es nicht. Hoffenheim ja auch in so einer Ergebniskrise, die laufen da so unter dem Radar, dass wir das nicht so mitbekommen, aber das hat zumindest jetzt mal Materazzo dazu veranlasst, zu sagen, ich geh mal in den Systemwechsel ein, ich lass jetzt mal mit Viererkette statt mit Fünferkette spielen, dann spielst du mal mit Raute im Mittelfeld, ich guck mal, da ist Neues zu wagen. Hat auch leidlich gut funktioniert, sie haben ihre Chancen gehabt, sie haben auch gut gespielt, aber das ist immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Auch wenn du dir anguckst, wie der Gegentreffer fällt, einfach mit einem simplen Fehler am Spielaufbau, Restverteidigung praktisch nicht vorhanden in der Situation, da hast du ja auch als Fan dann nicht das Gefühl, die geben jetzt ja das Allerletzte für meinen Verein, die wollen jetzt mit Allerletzten das eigene Tor verteidigen und dann verdient sich Heidenheim so einen Punkt in Hoffenheim und die Hoffenheimer Spielweise ist dann nicht dazu geeignet, dieses eh schon leere Stadion weiterzufüllen. Tja, Stuttgart hab ich noch vergessen, ist auch im Einzugsgebiet. Du kannst zu Stuttgart gehen, aber zu Hoffenheim. Gut, haben wir, finde ich, jetzt das Thema. Dann brauchen wir aber nicht so lange drüber zu sprechen, wenn wir richtig, ja. Wenn das jetzt sowohl sportlich als auch von seinen Rahmenbedingungen her nicht so verzückt, dann müssen wir auch nicht unnötig lange drüber sprechen. Aber ich finde halt schon und das sagst du ja auch, Heidenheim hat sich deshalb kontinuierlich über Jahre erarbeitet, jetzt Bundesliga zu spielen und die liefern halt ab, die schaffen es, die Punkte zu holen. Die sind eben nicht nur heimstark, ist ja oft bei Aufsteigern so, dass sie dann zu Hause die Punkte holen, sondern die schaffen es eben auch, jetzt in Köln Punkt geholt, jetzt in Hoffenheim Punkt geholt, da nicht unterzugehen. Ja, es ist halt auch immer ein schmaler Grad, wo wir jetzt schon bei diesem Hoffenheim-Bashing waren, das ich halt auch nachvollziehen kann, wo ich dann auch sagen muss, ja, es gibt halt Vereine, die außerhalb der Regeln, also die zwar in den Regeln operieren, aber die so eine offensichtliche Schwäche der Regel gefunden haben, dass das eigentlich unfair ist. Ach. Das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Aber häufig, wenn dann Fans so über die Unattaktivität der Bundesliga meckern, dann werden dann so auch andere Vereine plötzlich in den Topf geworfen und sagen, ja, was ist denn das für eine scheiß Konferenz da mit Heidenheim gegen Darmstadt? Wo man aber einfach sagen muss, Heidenheim, Darmstadt, das sind halt zwei Vereine, die einfach in den vergangenen Jahren besser Arbeit geleistet haben als Schalke oder Hamburger SV. Deswegen sind die da, nicht weil die irgendwie einen Loophole in den Regeln gefunden haben. Und dann wird dann mir immer so ein bisschen von so Traditionsfans zu viel auf Vereine geschimpft, die vielleicht nicht die attraktivsten sind. Wo man auch sagen muss, ja, okay, anderswo ist die Fanbase größer. Aber es ist am Ende des Tages ein sportlicher Wettbewerb. Da hast du recht, aber es ist ein Stück, hinkt die Argumentation. Weil wenn nicht Vereine wie Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim und Leipzig Bundesliga-Slots einnehmen würden, dann würde da vielleicht jetzt Werder Bremen, Schalke, Hertha und so weiter spielen. Das sind ja vier, das sind ja schon mal vier von 18 Tabellen. Schön, dass Werder direkt in den Liga verortest. Habe ich Werder gesagt? Ja. Sorry. Aber das sind ja vier, HSV meinte ich, vier Slots, die weg sind und die auch nicht mehr wiederkommen. Und es ist ein Champions-League-Platz, der nicht mehr wiederkommt, weil Leipzig den sich gekauft hat. Leipzig kommt her und sagt, okay, es gibt vier, Leverkusen und Leipzig sagen, es gibt vier Champions-League-Clots, wir kaufen zwei davon. 50 Prozent der Champions-League-Clots sind einfach gekauft. Aber jetzt redest du wieder über was anderes, natürlich. Klar, da hast du natürlich recht, aber ein Verein wie der Hamburger SV, tut mir leid, Nils, oder ein Verein wie der FC Schalke 04 sind von der Fanbase, von dem, was sie finanziell an Sponsoring erlösen könnten, locker Top Ten. Auch noch mit den Riesenvereinen. Und natürlich gilt das jetzt, was du sagst, für andere Vereine, aber das sind dann auch wieder andere Vereine, die auch nicht, dass sie die Riesen-Strahlkraft haben. Natürlich, machen die auch Fehler. Und ich sag auch nicht, dass es sportlich nicht gerechtfertigt ist, dass ein Darmstadt oder ein Heidenheim da rum sind. Das ist auch cool. Aber es wäre eine andere Liga. Es ist halt ein Unterschied, ob du Heidenheim, Darmstadt und vier Plastik-Clubs in der Liga hast, oder ob du Darmstadt und Heidenheim und 16 normale Vereine hast. Also, wenn halt die Hälfte der Vereine entweder winzige Vereine oder Plastik-Clubs sind, dann ist das halt schon nicht gut. Lass uns nicht da aneinander vorbeireden, weil da stimme ich dir ja zu. Auch nicht wegen diesem Plastik-Ding, das ist bei mir egal. Mir ist dann halt nicht egal, dass das ungleiche Regeln sind. Dass die einen halt die Regeln haben und die anderen haben die Regeln. Das ist mir nicht egal. Aber, weil ich mein dann ein anderes Phänomen, dass du halt häufig hast in der Diskussion mit Traditionalisten, dass die am liebsten so dieselbe Liga hätten wie vor 30 Jahren. Dass die halt am liebsten hätten, dass da ein Kaiserslautern in der ersten Liga spielt, dass da ein Schalke in der ersten Liga spielt, bla, bla, bla. Aber das würden die ja auch nicht tun, selbst wenn es diese vier Klubs nicht gäbe. Kaiserslautern ist momentan halt sehr weit von der ersten Liga entfernt. Ist nicht böse gemeint gegenüber denen, aber das hat nicht nur was damit zu tun, dass eben da vier Plätze weg sind, sondern dass einfach auch der Fußball sich verändert. Da habe ich manchmal so dieses totale Ablehnung gegen alles, was Neues ist, weil so ein Freiburg, du hast sie jetzt aus anderen Gründen hast du sie nicht gern. Aber in Freiburg ist halt seit 30 Jahren da oben mit dabei, durch gute Arbeit so. Und dann wird es halt trotzdem, sehe ich dann immer wieder auch Twitter, was ist das für ein scheiß Wochenende, jetzt Freiburg gegen Heidenheim. Aber Freiburg gegen Heidenheim ist halt so ... Da hast du einen Punkt. Natürlich kann man das nicht nur ... Da sind die großen Vereine auch selber schuld, wenn sie dann ihre Hausaufgaben nicht machen, um dem ... Das gerechtet, da bin ich voll bei dir. Aber man darf auch nicht vergessen, was so zum Beispiel oft nicht erwähnt wird, ist, wie oft diese großen, auch, ich nennen sie Plastikklubs, weil sie das für mich sind, wie oft die zum Beispiel bei kleineren Vereinen die Jugendspieler abgraben. Das ist ein Thema, was überhaupt nicht groß thematisiert wird. Aber in Hoffenheim, in Leipzig, klar machen das auch andere Vereine, aber gerade Hoffenheim und Leipzig, was die im Jugendbereich bei anderen Traditionsvereinen weggraben an Jugendspielern, mit ihren Farmteams dann noch in anderen Ländern und so weiter, das ist eine Sauerei. Und es nimmt kleineren Vereinen, die diese Möglichkeit nicht haben, einem 15-jährigen Talent, das zu bieten an Kohle und weiß ich nicht was, was ein Leipzig oder ein Hoffenheim bietet. Das ist Wettbewerbsverzerrung und nimmt dann auch noch, neben dem Gelchi, den sie eh noch haben, nehmen sie noch die einzige Entwicklungsmöglichkeit, die andere Vereine haben, nämlich den eigenen Jugendbereich. Der wird auch noch infiltriert. Und das ist eine Schweinerei. Das ist eine Schweinerei und da gibt's kein Schöngerede. Aber es ist was anderes. Wir wollen zu doll im Kreis reden, das gilt ja dann auch wieder für Darmstadt. Also Darmstadt hat genauso, ist genauso in der Region von Hoffenheim, hat genauso damit zu kämpfen, dass Hoffenheim da aus dieser Region, aus dieser Rhein-Main-Region, da unten und Neckar da noch ein bisschen weit, dass die da alles weggrasen. Hat ja Darmstadt genauso mit zu kämpfen. Oder Heidenheim ist ja auch da unten in der Region. Das meinte ich einfach nicht. Ich wärme mich halt immer noch dagegen, dass halt dann so, manchmal so Heidenheim oder Darmstadt damit so ... Für mich ist Heidenheim und Darmstadt eine andere Kategorie als Hoffenheim. Klar, aber manchmal wird das halt so in die Kategorie geworfen. So ein Scheißspiel zwischen Köln und Mainz ist auch nicht geiler als ein Scheißspiel zwischen Darmstadt und Heidenheim. Nur auf den Rängen vielleicht schon, aber als Zuschauerneutraler auch nicht. Nicht böse gemeint. Das ist ja auch ein Wettbewerb. Und manchmal wird man auch gezwungen, sich zu verbessern. Das ist Evolution. Wenn Leute kommen, die's besser machen und es reicht dann nicht mehr, dann wird man selber gezwungen, auch besser zu werden. Und das kann dann ja auch zu einer Qualität der Bundesliga führen. Weil, wie du auch richtig sagst, man darf nicht vergessen, dass der HSV und Schalke, die spielen nicht zweite Liga, weil sie, obwohl sie so viel richtig gemacht haben. Sondern du kannst allein bei diesen beiden Vereinen so viele Fehler erkennen, die natürlich dann auch vielleicht passieren können, weil du hohes Risiko gehen musst, weil du konkurrieren musst. Weil du, wenn du sagst, hey, wir wollen oder wir müssen europäisch spielen, wir müssen jetzt ins Risiko gehen und investieren. Und dann hast du aber Vereine wie Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, die kein Risiko kennen, weil sie im Zweifel finanziell kompensiert werden. Und wenn du dann als Schalke oder als HSV Fehler machst und zwei, drei schlechte Transfers für viel Geld verboxt, und dann hast du diese Belastung und gehst halt runter. Das Risiko ist dadurch sehr viel größer, was falsch zu machen. Die Konsequenzen sind größer. Von daher ist das natürlich schon relevant, wen du da noch mit in der Liga hast. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass das hausgemachte Fehler sind. Also, was der HSV ... Du hast ein Buch drüber geschrieben, allein nur darüber, was der HSV falsch gemacht hat. So, und das kannst du auch über Schalke machen. Und da kann man niemand anderem die Schuld für geben als diesen Verein. Ich möchte noch mal betonen, ich möchte nicht den HSV und Schalke in Schutz nehmen und sagen, ohne die bösen Werksklubs oder so, wären die alle in der ... Nein, die haben ihre eigenen Fehler gemacht und sind zu Recht wahrscheinlich da, wo sie jetzt sind. Aber es ändert nichts daran, dass es einfach nicht ausgeglichen ist. Und das fuckt mich einfach ab. Es kann nicht sein, dass eine Pandemie kommt und 80 Prozent der Vereine strugglen und strugglen immer noch Vereine wie Bremen oder so, die wirklich durch diese Pandemie ihr Eigenkapital geschrumpft haben. Und es gibt Vereine, das ist scheißegal, weil da ist ein Konzern, der zahlt das einfach. Und dieser Konzern hat diese Kohle aber nicht aus dem Fußball erwirtschaftet, sondern aus der scheiß Pharmaindustrie. Das ist einfach crazy. Das ist crazy. Und das wird aber so hingenommen, weil's halt schon seit 30 Jahren hingenommen wird. Das ist das Argument, was mir Leverkusener Fans bringen. Ja, seit 30 Jahren machen wir das schon. Ja, okay. Das ist euer Argument. Ihr bescheißt die Liga seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren habt ihr einen Pharmakonzern, der alle eure Schulden bezahlt. Das ist einfach eine Verunverschämtheit. Und das, ah, ich könnte mich Stunden drüber aufregen. Ja, ihr spielt tollen Fußball. Zum Allo, Ablösefrei, muss man auch erst mal machen. Da redest du ja jetzt ja Preaching to the Core hier. Ich weiß. Ich rede auch einfach nur meine Mission Rage bei dem Thema. Ich hab ja eigentlich nur Darmstadt-Heidenheim verteidigen wollen. Oder auch jetzt. Weil das, was du gerade über den HSV gesagt hast, gilt ja für Bochum genauso. Die müssen ja seit fünf Jahren einfach jedes Jahr alles komplett richtig machen, um in dieser scheiß Liga zu bleiben. Und machen das halt einfach. Ja. Genau. Und andere machst du nicht. Aber, also, nochmal, das ist ... Das Thema ist ja alt. Ja. Aber es ist nicht so, dass du da eine große Opposition hast. Sondern das ist einfach ... Ja, aber, na und? Also, ich versuch nicht besonders mutig hier zu sein, also ... Nee, das war auch kein Angriff. Aber ich mein nur, das ... Nee, ich sag nur, es regt mich einfach auf. Es kommt immer mal wieder auf. Dabei geht's meinem Verein gut. Ich könnt eigentlich drauf scheißen. Aber ... Wobei eigentlich, eigentlich ist dein Verein so der, der davon am stärksten getroffen wird. Wenn du's überlegst. Wieso? Weil der HSV, haben wir schon gesagt, dass der hinter Heidenheim ist, das ist nicht der HSV. Ach so, weil ich jetzt zwei Vereine vor mir hab. Du warst halt einfach bei dem Champions League. Wir haben ja vorher Money League angesprochen. Erstmals halt ist Eintracht Frankfurt in der Top 20 der umsatzstärksten Klubs Europas. Die haben einen höheren Umsatz als Napoli. Aber die Frage wäre ja zum Beispiel, wäre der HSV zum Beispiel, ich weiß es jetzt nicht, wäre der nicht auch mal in der Champions League gelandet, wenn zum Beispiel Leverkusen und Wolfsburg nicht die Kohle gehabt hätten? Ja gut, aber das ist ja auch wieder ... Ja, aber das sind so Fragen, die kannst du ... Die sind jetzt egal, weil's 15, 20 Jahre her ist. Aber in der damaligen Saison kannst du das genauso fragen. Wo wären die, wenn die Geld-Schiedler-Vereine nicht? Dann hätten die vielleicht Champions League gespielt, hätten zwei Knaller geholt, wären einer der Top-6-Vereine. Egal. Altes Thema, können wir mal eine Sondersendung zumachen. Dann laden wir uns mal hier ein paar Leverkusen- und Leipzig-Fans ein. Dass die auch mal ne ... Dass die auch mal was sagen. Da freust du dich drauf. Da hat sich lust drauf, jeder Leverkusen- und Leipzig-Fan hier. Wir machen Feierabend für heute. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen, das war Bundesliga. Abonniert endlich den Scheißkanal. Das sind immer noch verdammt noch mal ... Dann nutzt da mal deine ... Ja, hab ich ja letztes Mal schon gesagt. Ich sag euch jetzt die aktuellen Zahlen. Und das regt mich richtig auf. Weil da sind Leute, die sagen, ich guck die Saison, ich abonniere extra nicht. 28.000 Abos, letzte Folge Bundesliga, doppelt so viel. Das heißt, das kann ich mir nicht erklären, dass ihr euch weigert, diesen Abo-Knopf zu drücken. Selbst wenn ihr sagt, es bringt euch nix, weil ihr YouTube so nicht nutzt, uns bringt's was. Drückt doch den Scheißknopf jetzt. Da muss ich jetzt einmal noch kurz erzählen, weil Anton kam auf mich zu und hat erst mal gesagt, ey, voll super, neuer Kanal. Und er hat erst mal gelobt, dass wir offensichtlich hier das so gut bewerben, diesen Kanal. Weil relativ viele Leute diesen Abo-Knopf drücken, nachdem wir es hier bewerben. Ich hab mich nicht getraut, zu sagen, dass wir einfach nur die Zuschauer in diesen Abo-Knopf hinein beleidigen. Prügeln, ja. Hinein prügeln. Aber das ist anscheinend sehr, nach dem, was er mir erzählt hat, sehr effizient unsere Strategie, wie wir das machen. Ja, weil ich verstehe das nicht. Das ist kostenloser Content. Wir verlangen gar nichts von euch. Es kostet euch keinen Cent. Ihr müsst einfach nur diesen Knopf drücken. Einfach nur diesen Knopf drücken. Ping, ich hab's selber gemacht. Und das will was heißen. Das will was heißen. Also, ihr habt jetzt noch mal ein paar Tage Zeit. Nächste Woche schauen wir noch mal auf die neuen Zahlen. Und wenn dann die 30.000 nicht geknackt sind, dann machen ... Was machen wir dann? Wenn die 30.000 nicht geknackt sind ... Ja, ich will jetzt nichts anbieten, dass die sagen, ich abonniere jetzt extra nicht, um das zu sehen. Also, dann machen wir nur eine 10-Minuten-Sendung. Du musst die ja bestrafen, nicht belohnen. Wir können ja sagen, wir machen eine Sende-Minute ... Nee, warte. 10 Minuten Hoffenheit. Eine Sekunde, eine Sende-Sekunde pro Abonnent oder so was. Und dann gucken wir mal. Ja, also, herzlich dank fürs Zusehen. Es gibt noch weitere Inhalte auf diesem Kanal. Deswegen lohnt es sich auch zu abonnieren, weil wir machen nicht nur Bundesliga, sondern wir machen zum Beispiel diese Woche auch Bundesliga international, sprechen da so ein bisschen über die Trainerbeben in anderen Ligen. Und vieles, vieles mehr. Also, abonau. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.